so ah scheiß he 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 so a so a a a a ja nicht gleich immer abgestattet in lokalen Arne ganz schnell weg Nein, lass mal, er wird nicht gut spielen Also er ist vielleicht nicht gut, aber er ist auch nicht gut In Tactical Play ist er der beste von uns allen Nein, für nicht Ben, ich muss es leider so geben, aber er ist dumm Bist du dumm? Okay, Alter, ich überlege gerade wirklich einfach Ich guck mich nicht, das Turnier hin und her Wenn der Junge so weitermacht, Alter, hab ich keinen Bock mehr Wirklich nicht, dann zeug ich einfach, dann guck mich nicht Und er wird überall gekickt und geblockt, Alter, weil es fuckt mich gerade ab Er macht so ne Scheiße, Mann Er ist erst nicht da für ne halbe Stunde Er wollte safe essen gehen Und anstatt, dass er sagt, er geht essen Ist er einfach nicht da, er geht einfach weg So, und dann lügt er noch Und dann labert er so ne Scheiße Halt die Fresse, Junge Ja Die können hier on top bei Mitte gehen Da ist jemand Da ist jemand Die sind auch on top Links Die sind auf dem Dach Er ist hier auf dem Dach Hier, auch noch Das bied Hint aus Hint aus Fragen, ob du Bumble machen sollst. White, low. Dead, dead. Jetzt können wir eigentlich runterlassen, oder? Ja, lass runter. Noch einer, noch einer. Cracked, low, 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 dead. Nicht selten, nicht selten. Okay, wer soll jetzt eigentlich einen Rucksack im Unfall ausbekommen? Ich glaube, ich, oder? Ja, mach einen. Oder Ben halt. Ben ist der Beste, aber du hast eigentlich Passwurst. Ja. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die Runde schon zählt, also ich keine Ahnung. Nein, ihr würd'n es sehen. Du musst nicht auch erst zeigen, wie die Rucksäcke. Ja, stimmt, ich muss auch noch zeigen, dass ich es höre und so. Ich würd'n sagen, wir lesen jetzt, oder? Nein, wir können noch. Bleiben. Komm, aber dann lass uns gut pushen gehen. Denn es ist 59, noch eine Minute. Ist aber egal. Wir lesen ja halt gleich. Erst wenn es Dings ist, man kann. Ich werde nicht akzeptieren. Obwohl, wir können auch hier in den Totspringen kommen. Mann, ach ja, wer als erstes in den Totspringen kam. Ich werde nicht akzeptiert. Mit nem Wall, ich hab stylisch gemacht. Ich bin mit nem Walljump drüber sprungen. Ja, Ben. Emil, bist du lost? Emil, geh doch mal über. Was für 950? Wir haben noch 58. Bei mir steht 49. Emil! Ja? Bist du lost? So. Hä? Ja, das lässt mich. Okay. 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 So, that's the server. Frankfurt 2. And... Crossplay is... On? Crossplay is on. Um... Yeah, I don't know. Crossplay is here. Crossplay is on. Okay. And he summoned 2 mates. Okay. 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 Um... Okay. 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 Let's see. Okay. Okay. Tournament, Sar. Elfrag geschrieben. Tournament ist... Hat angefangen jetzt. Okay. 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 Warte. Ja? Hm? Let's land here. Ich geh einfach weg. Ich muss verleidig. Da im Stil. Komm weg mit? Ja, komm weg mit? Nein, aber bei da sind viele. Unter 0 Sch 2. 3 im bluschen die die er 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 die er wenn die alle reinkommen sie müssen so ernst nehmen, Digga, dass ihr eure Familie rausschicken müsst. Ja, ne, Digga, die denkt nicht mehr. Ja, ihr erst Turnier oder was? Was? Euer erst Turnier, also deins auf jeden Fall und Johnny ist wahrscheinlich auch, Alter. Nein. Ja, Digga, so wie du dich benimmst, Alter. Ja, halt die Mauer, Alter. Fortnite, Fortnite, am Arsch, Fortnite. Selbst du hast Earnings. Ich weiß nicht mehr, dass man sich vorm Turnier einspielen sollte, Alter. Und gehst einfach weg. Doch, man muss die zwei FFA haben. FFA. Hä, bist du dumm? Das hat nichts mit Einspielen zu tun. Ah, ja, okay, dann. Äh, wollen wir die Waffen abschießen? Nein. Nein. All das welche. Ah, nein. Also, so viele Spiele wie möglich sollen wir machen, halt, ähm, Beinschicken, Abschicken. Okay, was wollen wir machen? Wollen wir rotaten? Ja, gut. Let's go this way. Ich hab Hayvork Alternate, ich hab keine meiner Waffen, ne? Ja, hier sind welche, nein, nein, wir gehen nicht rotaten, da sind welche, genau da. Ja, ich hab Ultimator, genau da, genau da. Charge. Okay, ähm, wir gehen in eine andere Runde. Ach so, stimmt, Placement gibt's auch noch Punkte. Ja, aber Top 3 glaub ich, ne? Oder? Ne, Top 10 glaub ich auch sogar. Oh, Flatline, ja. Ey. Oder du kannst doch nicht die Heavy. Ja, trotzdem. Ich hab null Heavy. Bist du dumm? Du musst fürs Team spielen. Ne, ne Flatline liegt und ich die gerade aufheben will. Kannst doch nicht die Muni nehmen. 20. Nein. Was? Warum hab ich das Gefühl, dass die aus dem Turnier sind? So wie die jetzt schon spielen. Geh'n bisschen zurück, geh'n bisschen zurück. Geh'n bisschen zurück. Ja, lass' weg. Geht hier rein, geht hier rein. Boah, zwei Beds. Lass mich rein. Lass mich rein. Ja, komm rein. Hier. Episch einer. Da kommt auch noch Track. Chile. Chile, Chile. Ach dort, du mach. Ich brauch' Heavy und ich hab' Zero. Nice. Okay, eigentlich müssen wir... Wo, wo, wo? Du musst ping'n. Wo hast du ihn genommen? Oh, Corsic ist direkt hier neben uns. Okay, ich geh' auf Sach, auf Sach, auf Sach. Corsic ist direkt hier. Corsic ist direkt hier. Corsic 107. Corsic dead. Corsic dead. Oh, one shot, one shot. Nice, let's go. Oh, nice. Uhhh, schau mal wie low ich bin. Gar nicht. Oh, nice. 120 Schm, wenn wir hier sind. Ja, ich hab jetzt auch genug. Hier ist der Erdrener. Ja ne, 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 ne. Ah, mehr, 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 mehr. Hey, ich muss hier. Ich muss hier, ich muss hier. Okay, erfreit. Oh. Komm von hier auch. Von dieser Seite. Von hier kommt wer ich glaub' ich. Halt die doch, halt die doch, oh, oh. Komm her, komm her. Bei mir! Ja, ich sag doch, halt doch. Komm raus, komm raus. Halt die doch, halt die doch von innen. Okay. Kannst du nicht zu uns? Nein. Wir sind da oben draußen. Einer One-Shot. Okay, ich hau ab, ich hau ab. Ja. Ich versuche ins Quad. Die waren schlecht. Die waren schlecht. Ich hab einen verstanden. Der ist einfach nur die Door holten müssen. Ja, hab ich ja, aber die ist von der anderen Door. Ja, ich sag doch, halt die andere Door. Ich hab ja gesagt, die sind von der anderen Seite gekommen. Ach so. Ich war schon zu weit weg. Ich konnte nicht, wenn es euch hat. Die mit Schaschen befindet sich. Das ist doch nicht Quatsch, dass ihr die Damage so gut nicht kommt. Ich muss jetzt allein noch mit dem Digga, weil ich keine Heavy immer hatte. Weil ich keine Heavy immer hatte. Hm? Vielleicht könntest du mal suchen, ob sie Rotate die andere Karte umrum. Ich hab ganz kurz, bitte. Ich bin jetzt verstanden. Also ich dachte, es war ne Granate. Ich hab ne Granate. Ich hab ne Granate genommen. Ey, die sind solche Freunde nicht unten. Die fighten, die fighten. Die fighten, die fighten. Die waren da oben drauf auf diesem Berg scheiße. Ja, ich weiß, ich hab auch einen von denen gebiegt. Die fighten da vorne. Ich kann's schaffen, ich kann's schaffen. Welche Karte brauch ich zuerst? Meinen zuerst, meinen zuerst. Deine Schossen. Nee, schab ich nicht. Schab ich nicht. Schab ich nicht. Och, wer hat was von mir aus? Ich hab die Squad's gone. Ach, Patti geht mir jetzt am Arsch gefallen. Hier ist dir. Hier ist Dump. Ja, ja, ja. Okay, da kann man nichts hin. Ich glaub dann wie. Bitte da jetzt nicht runterfallen oder so. Ich kann das nicht. Egal, ich hab schon kill oder damage. Wie viele kills habt ihr? Ich hab ein kill. Ich hab auch einen. Wie viel damage? Damage weiß ich nicht. Damage weiß ich nicht. Hier sind welche gelandet? Ich glaub wir hier sind. Naja. Hier sind... Du hättest nicht beim Mirage. Du hättest nicht sollen. Nein. Aber... mhm... Sechster Füße auf den Tonieren. Die die grad hier sind. Was? Was? Die von mir Leute, die grad hier sind? Nicht nur noch. Doch, doch. Nicht nur, aber... Es sind nicht mehr genug Teams für's. Oh, 30 Teams aber davon sind locker welche NA oder so. Oh, oh. War's on you? Ja, das war on you. Wir haben auf dich geschossen, ne? Du musst callen. Ja, okay, lass weg, lass weg. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Komm her. Lass uns Triple Tech nimm die mitten jetzt mit. Weg, weg, weg. Komm. Schnell, schnell, schnell. Hä? Keiner guckt im Stream zu. Ja. Ja, ach was. Die gucken ja auch nicht zu. Das ist nur, damit die die danach nachweisen können, falls wir irgendwie... Ja, komm her, hieß ein Speedfire. Speedfire. Rennen einfach weiter, renn weiter, renn weiter nicht nach hinten. Du musst ein bisschen Cover geben. Ich kann dir kein Cover geben. Was soll ich für Cover geben? Wir bleiben nicht stehen, du renst weiter, einfach weiter. Ich geb dir, ich hab'n Phoenix für dich, wenn's überlebt. Wenn ich's überlebe. Er weiß einfach, dass ich nicht überleben werde. Nein, weiß ich nicht. Lern einfach weiter. Ich hab' halt dieses... Mein, ein paar anderes hätt' ich mal ein bisschen schwer zu schleiten. Ja, deswegen spielt man sich auch ein, Digga. Ja. Ja, aber ich kannte jetzt schon, aber... Dann laber keine Scheiß. Ich hab' nicht mitgekommen, what the fuck. Bin ich dann hier? Hm. Kannst du jetzt hier oben lang gehen? Ja, ich hab' auch. Was hast du denn Drop? Was hast du denn Drop? Hm. Lifeline, oder? Ja, Lifeline. Und das war eine Lifeline. Ja, ja. Okay. Das war eine Lifeline, ja, ja. Ja, komm, komm, komm. Darum müssen du episch hier doch. Ja? Ja. 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 Ist's egal jetzt, komm einfach weiter. Ist's egal jetzt, komm einfach weiter. Hey, Replicator, falling from the skies! Hey, wie immer. Wie immer. Level 2. Level 2. Hi. Vor uns, selbst, 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 selbst! Was? Lass hoch, oder? Nein, komm. Warum? Was machst du da? Paar Hits. Alles gut, der Paar Hits. Mein Gott, ich tritt gar nichts. Wenn du irgendwann halt eins an uns brauchst, oder? Achtung! Mann! Hä? Warte, was ist das zusammen? Ey! Bruder, was? Ey, lass weg, 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 weg! Ist noch ein Squad, oder? Oder ist er selber, ich weiß nicht. Aber die 1000 Damage haben wir wahrscheinlich schon safe. Ja, zusammen, ja. Und wir haben auch 3 Kills. 2 Punkte nochmal. Hier hat grad jemand ein Foto gepostet, äh, 400 Damage und 3 Kills. Also, ich glaub, wir haben schon mehr Punkte, weil wir halt auch 3 Kills haben. Die Sache ist, wenn da so ein Wetter schliegen, in dem hier ist. Ja, wer weiß. Unsere Runden dürfen eigentlich, obwohl doch, die dürfen lange dauern, weil wir kriegen, glaub ich... Ich, ich mach mal kurz die Punkte durchchecken. Placement.de und so, du musst in den Rules gucken in Regeln. Da ist die Punkteverteilung. Auf dem Discord? Den Discord, dann auch Rules und da muss da um auf so einen Link klicken, wo er die Rules auf der Website anzulegen. Aber wir stehen... Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, meinst du, warte, 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 warte. Oh, meinst du, kannst du den? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Weil wenn Sieg jetzt auch etwas bringt, dann können wir auch eigentlich Placement um Kills machen. Ja, ja. Oh, was, das ist ja der Plan. Lesson 30 Seconds, ich hab's gedacht wie das Placement nichts bringen würde. Ja, du, ich hab's ja gesagt wird, wenn du alles durchgehend... Digga, ich bin grad das so wohl das Scheiß nicht. blöd da ist ein channel der heißt ähm Apex Tournament Rules and noch was und dann musst du pass auf dann gehst du nach ganz oben ganz oben und da ist dann so ein Link ja da ist ein Link so ähm so hast du schon Zuschauer? äh close 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 oh shit boah was lasern die du hast überhaupt keinen damage bekommen kommst du weg? nein die verfolgen uns egal weiter weiter deine Kieler also komm ich glaube schon ok lass sie hoch lass sie hoch Mann ich komm nicht ich kannst du mich verarschen? jetzt ja ja oh nein oh nein die AIM sowas von uns wir sind beim Baum wir sind beim Baum ja wir haben sowas von uns für uns im Game aber ich hab kein Dings bekommen kein AIM oh Horizon nicht auf die AIM nicht auf die AIM nicht AIM so oh hier perfekt Vorsicht komm her warte kurz ich hab Nachrichten bekommen oh die schießen auf dich ich kann uns Portal im Bunker rein was uns aber nicht super viel bringen würde weil auf der anderen Seite auch noch welche waren oh die kommen ich face rifte ich mach Portal face einer oh nein die sind hier hast du ein? ok ich komm zurück ich komm zurück ich komm zurück nice 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 oh mein Gott Johnny ja auf den Finish auf den Finish nice solltest du mich? ähm der eine ist ins Portal gegangen von den ich hab ne Messe nein hast du den Kill bekommen? ja 2 ok wo zum Krieg sind die Regeln von wo man vor Ort sind gekommen hier unten sind welche hier unten sind welche warte ich muss die Infusion bitte probier's zu bleiben probier's zu lassen one shot one shot oh nein oh scheiße ich schieß weiter ja gut ich schieß weiter die Infusion pass auf Kill chill 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 nice nice hast du Bubble 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 good job der ist Solo der ist Solo der ist Solo nein was aber ich hatte kein White Life ganz vergessen egal 5 Kills ja mehr als 1000 Damage warte kurz ich mach ähm Screenshot Sekunde ähm ich brauch eigentlich einen neuen Ordner warte mal ähm Neu Ordner so hier drinnen speichern ok weiter auf auf der mit zum an mit und der Ja? 1224 scheißen. Ja. Ja. Okay, ich hab's abgeschickt, deswegen hat's ein bisschen länger gedauert, ne? Bisschen. Ich bin jetzt 56, davon 81. Was? Er stellt 56, davon 81 im Lederbott. Sind wir? Okay, warte kurz, ich weiß halt nicht. Ja, ne, das steht da, weil, das wurde noch nicht aktualisiert. Guck mal, die haben alle 0 Punkte. Obwohl doch ein Team hat... Ich hab's jetzt abgeschickt schon. Oh, doch, jetzt steht's hier. 57. Aber die anderen haben alle noch 0 Punkte. Ah, ne, die haben Damage nicht gefällt. Wie, was, 7351 Damage, 32 Kills. Boah, Biss. Was ist das? Boah, ich hab keinen Bock, ey. Wir müssen besser werden. Die haben eine Runde, die sind Erster geworden und haben 7351 Damage gemacht. Zweiter 5400 Damage, 21 Kills. Dritter 2.080... Scheiße, boah, du da. Nichts gut, diese. Alter, und wir wollen jetzt, wie ich dachte, so... Egal, die machen auch Spaß, passt schon. Vielleicht kriegen wir noch was. Ich brauch Farah. Und vielleicht... Keine Ahnung, es muss nicht sein, dass die legit gespielt haben, so, weißt du? Ja, vielleicht haben die auch keinen Proof oder so und spielen grad einfach ohne Stream, keine Ahnung. Oder ich kann halt auch zugucken dabei, ne? Äh, ich... Wir haben ja auf der Liste... Oh, zwei Tiefsale mit. Oh, nachst du da was? Nein. Ich hab's mir richtig. Oh, warum zeigen die sich denn? Ich hab ne P2 in Team. Gutes Omen. Dafür, dass sie so selten ist, ne? Oh, die Feiten. Das ist eigentlich schlimm. Ich hab ne Splatter, ne, ne, Wolste. Ich hab's mal kurz was zu schließen. Ich hab's zu viel davon. Ähm, können wir uns darauf einigen, dass irgendeiner am Ende der Runde all den Damage zusammenrechnet? Weil das braucht, dafür brauch ich ein bisschen Zeit halt, das geb ich dir in den Taschen. Damit es ein bisschen schneller geht, wenn nixens. Also irgendjemand muss den Damage zusammenrechnen dann. Okay. Könnt ihr's machen? Ich geh ein bisschen kurz. Wer macht das? Wer macht das? Ja, Johnny, bist ganz weit weg. Hör auf, hör auf, hör auf, was machst du, was machst du? Kommt zurück, kommt zurück. Kommt trotzdem zurück. Ziem schlau. Die Feiten da hinten. Ich geh dort jetzt hin. Chill. Oh, ich hab ne Messer jetzt. Soll ich aufs Dach gehen? Ähm, ja. Hier ist ne Charge Ruffling, aber egal. Wer ist hier drin? Nein, ich hab nur einen. Der heelt sich irgendwo. Der ist auch. Ey, der ist draus, ne? Nein, drinnen. Drinnen, also. Ja, hier. In der Mitte. Track, low. Ich hab 300 Damage. Ich hab's schon gemacht. Nice. Ich hab 81. Und ein Kill. Das ist echt nicht der Misch. Sind alle tot hier? Ja. Ich hab einen getötet. Okay. Also einer wurde mir eigentlich aufgestaut, aber ich hab 300 Damage. Adam, if you see this, I'm clapping the lobby. Ich guck, ich weiß gar nicht, zwei Leute schauen. Warum? Okay, komm, nimmst du weiter. Tigger, just another insect if you ask. Worldstream in the world, nein. Jetzt gucken wir niemals dazu, glaub ich. Ich weiß nicht, mein Dings aktualisiert sich halt so. Wie kann einer in einer Runde suchen? Nein, Tigger, das heißt, man hat ihn nicht. Ich kann ja gleich gucken, aber kurz, ich gucke jetzt einfach schnell. Ähm, The United, noch was? Die sind gar nicht angemeldet, Dinger. Ja? Ja, das ist das Team da. Ähm, der ist Capesta free to rest. Ja, okay, freckle nicht, aber wir können trotzdem hin. Komm, schnell. Das musst du mir nicht sagen. Ich seh den Moment, Mann. Da ist die da schild. Okay. Ich hol's mir, ich hol's. Ich hol mir jetzt die da schild, weil. Jo, sie sind hier, close. Komm. Komm? Okay. Oh, oh. Bolt. Und schau, ich bin zum Haus. Bolt, auf uns. Lass rein, lass rein, lass rein. Almost cracked, Lifeline. War das nicht Lifeline? War das nicht Lifeline? Ich hab' nicht viel. Ich hab' nicht viel. Warte. Ich kann dir zwei geben. Alter, crack bei dem Ding. Lifeline? War das die Lifeline? Ihr rennt, ihr rennt, ihr rennt. Komm her. Können die Fokus rein? Ich bin dran. Zwölf, Blue. Ich komm in Bubble rein. Okay, das ist jemand. Na, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, ich bin doch nicht tot. Mach Bubble, mach Bubble. Alles gut, alle. Anfänger, anfänger. Lass in Heiko. Geist, ich bin dead. Lass rein, almost cracked. Wir können rein, wenn du willst. Warte, soll ich meine Ult da rausnehmen? Emil, hier, dich. Hast du einen Phoenix? Gar nicht. Wo bist du, Emil? Achso. Komm, ein bisschen hinter Cover. Ja, vor der Rest. Danke. Ich kann auf die Ult. Ich weiß nicht, wo ich auf die... Ich kann dir nur Dings geben. Dings, äh, hier. Und ich hab jetzt... Ich hab die doch, zwei Sales. Was? Ich hette die, ich hette die. Womit? Richtig viel. Da, 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 da. Zwölf, zwölf. Ja, die Lightman, almost cracked. Oh, einer Solo. Ja, Lightman, almost cracked. Nice. Ja, das war die Lightman. Von da, von da. Du hast zwei. Nein, ich hab einen. Einer, einer, einer. Einer, einer, einer. Almost cracked. Blue, almost cracked. Latt-Hound. Einer, on top da. On me, on me. Denk, der kann nichts gelten. On me. On me, please, 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 Jungs. Ich mach, ich mach Face-Rap. Kannst du bubble, bubble, bubble? On me, on me, bubble? Ich bin grad nicht bei dir. Oh, scheiße. On me, has cracked bei dir. Der Korsik. Das ist einfach kein Korsik. On me, on me, on me. Fuck, man. Fucking Korsik. Hier ist der Korsik. Nice. Einer noch. Einer, oder? Wenn du den holst, hier ist, da wurde hier gerestet, der wurde... Mach, mach, wer ist das? Alles gut. E-Mil schafft das, E-Mil schafft. Geh pushen, geh pushen. Nice. Nice. E-Mil, Legende. Triple kill aus Nacken. Zwei kills gemacht. Mach was. Drei. Ja, ich hab R9 gegessen. Guck mal ne andere Waffe. Mach, lass ihn doch bubble-drazen, E-Mil. Alles gut. Du hast einen, E-Mil schafft das. Doch. Oh, Afri. Nice. Felix, something. Boah, Stig, der Scout ist so geil. Ich liebe die Waffe. Johnny, ich hab'n Phoenix für dich. Ihr hätt' keine Light Emoman. Ich hab, ich hab' gleich mythisches Shield. Ah, hier hat der hat. Fenix, get here. Ich hab' gleich mythisches Shield, wie viel Damage braucht ihr. Ich weck' noch blau, ich weck' noch blau, ich weck' noch blau, ich weck' noch 300. Mir fehlt 36. Ich weck's. Neh, mal wein, ich rück' wieder zurück. Okay, wollen wir portal weiter? Ja, alles gut. Warte. Ich loote noch hier den. Okay. Oh, Jungs, das war gut, das war gut. Wie viele kills habt ihr alle? Ich hab' zwei kills, 533 Damage. Drei kills, 590 Damage. 5, 6, wir haben 6 Kills. Okay. Das ist ein. Wie viel Damage hast du noch mal, Emil? 590. Ich hab' 300 Damage. Ich hab' 500. Wir haben 1300 Damage insgesamt. Aber die Leute, warte, was ist so ne zweiter Platz? Sind die genau so, oder? Was? Die sind bei 5000 Damage in einer Runde, Lega. Insgesamt. Also, alle zusammen. Aber das bringt nur 5 Punkte, das bringt nur 5 Punkte. Wenn wir mehr Kills machen? Keine Ahnung. Ich hab' ich hab' nicht geguckt, wie viele Kills sie haben. Ich kann grad' nicht fressen, das noch auf Mann, sonst leckt es. Ja, hier nach der Runde, mach' einfach nach der Runde. Ja. Siehst du hier, welche nehmen? Recht, recht heiß. Oder? Lass rechts. Ich hab' auch schon gehört, recht. Ja, dickfalls, dickfalls. Okay. Ich komm' auf. Ja, genau von mir. On my way. Ihr sollt' endlich zu übermütig werden. Ja, alles gut. Ne, wir werden nicht übermütig werden. Die sind noch bisschen weiter. Die sind noch. Machen wir einfach. Wir sind genau auf dem Held. Hier on top, on top. Ja. Oh, wir werden geserved quasi. 15 epic. Chill, chill, chill. Chill, chill. Back off, back off. Back off, back off. Jetzt, weil die... Spielen, weil die Fuchs sind. Okay, okay. Äh, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Ganz weit zurück. Ich geh... Äh, ich bin Porto. Was? Die Spawn mit Octane. Ja, Bender ist genau bei dir. Die Spawn mit Octane. Die Spawn mit Octane. Oh nein! Die sind zu smart für mich. 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 Ja, ich werd sterben, ich werd sterben. Okay, die sind... Zwei Stück sind bei mir. Fairfinder, ähm, Dings sind bei mir. Was, was, was? Ah, ja. 4k. Sollen wir rennen? Ja, rennen, rennen. Wir müssen rennen. Obwohl, die werden gefurrt party. Aber sonst, wir werden rennen. Ich schau... Ich check jetzt paar Sachen hier. Warte mal. Ähm... Wenn ich runter ist, leider... Hier, ich... Ich bin nicht. Wie heißen die Dinger? Der Beste ist da. Oh, oh. Ah, shit. Blood Gods. Hä, Dika, ich seh die alle nicht hier. Die sind alle anscheinend nicht da. Also, die offens... United States... Ah, ne. Ja. Nein. United States... Hä, die sind alle nicht da, wo du hast. Ey, Jungs, wir sind zur... Oh, warte kurz. Das ist noch 2... Rechne den Damage zusammen, Eime. Du rechst den Damage zusammen, ich mach die Kills. Ja. Warte kurz. Guck mal. Schneller, schneller, schneller. Wir nehmen 8 Kills, das ist gut. Placement Top 5, okay. Aber... Sag, wie viel Damage, schnell, schnell, schnell. Ähm... 2019. 2019. Ich baue noch Proof. Kurz, zack, zack, zack. Abschneiden. 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 Okay, weiter. Wir müssen weiter. Abschneiden. Ich geb mal. Abschneiden. Okay, zwei, drei. ... ... Okay. Der Johnny, deine Bubble war so wichtig, gerade in dem Haus. Ja, ich bin sehr gut, Perfiner, ihr wisst. Perfiner. Vielleicht wichtig war Raid, mein Spiel wäre und Gibi. Gibi ist auch so. Ja. Mein Gott, Johnny, die Carries sind gerade wirklich ein bisschen. Ja, ich carry euch da, hast du recht. Ich habe nicht mal zuzutreten. Also, glaube ich, eher weniger von daher. Die haben uns zu dritt gepusht. Johnny, die Bubble hat so den Arsch gelegt, dadurch konnte ich noch zwei noch... Ja, nicht er, sondern die Bubble carried uns. Nein, ich habe alle drei Low geschossen. Die waren am Fenster, haben versucht, eben... Ja, noch mal getrackt und so. Ich bin immer so aus der Bubble raus, einen Hit und wieder in die Bubble rein. Also, die sind nicht angemeldet, Digga, ich sehe die hier nicht. Ich weiß nicht. Oder vielleicht... Hey, die sind hier nicht drin. Ich weiß nicht. Hardstar, Cream, irgendein Team, was ich hier kenne, wirklich? Jungs, wir sind Top 39. Okay. Ja? Das ist gut. 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 Das ist der Beste, ja. Top 39 und die anderen sind nicht angemeldet, also kein Plan, ob das hier gibt. Und dafür, dass wir davor Top 56 waren in einer Runde 930, ist das wichtig. Die anderen sind wahrscheinlich... haben einfach nur verkackt. Wahrscheinlich, weißt du. Vielleicht haben die verkackt mit der Anmeldung, die ersten. Was machst du dich? Weil dann werden die diskvalifiziert. Also, dann sind die gar nicht registriert. Was nice ist. Das heißt, wir sind höher automatisch. Oh, Sentinels! Oh, Sentinels! Ey, Ben, Sentinels! Nice. Aber ansonsten ohne P20. Ich hab G7, Scout und... Wenigste, dann sollten wir einfach alle Close-Rands laufen, oder? Hier, Close-Rose-Rose, on me. Vor mir, vor mir. Ja, das... Ich bin auf dem Weg. Oh, Loba, Loba, Loba. Careful. Ja, ja, ja. Die Orde nimmt mich von mir alles weg, Alter. Ich weiß von wo. Wo, wo? Im fetten Gebäude. Das fette Gebäude. Das fette Gebäude. Hier ist ein Charge-Wäufel in mir. Nehme ich für den Damage, ist wichtig. Und ein Scout? Nein, nein, ich brauch... Nein, hat die Messe verschuldet! Nein! Oh, ich wisse, wie du meintest du. Er ist das Wisse. Er weiß jetzt aber... Er hat uns Dauer gemacht. Ja, komm, komm, komm. Frack! Knock! Oh, dieser Beam! Ey, White, White, White! Der eine! Loba kommt! Revenant, Loba und Rafer. Rafer, Rafer, Rafer! Rafer, Rafer! Rafer, knock! Warum gehen wir nicht pushen? Rafer, Rafer! Oh, er hat Sniper. Kann jemand den mit der Sniper... Äh... Irgendwo... Ja, Target. Wer ist denn mit der Sniper? Ja, rechts, äh... Loba. Anderer Track? Nein. Oh, knock, knock, knock! Loba lock! Push, 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 push! Alle... Zwei knock! Zwei von drei. Seinfach wichtig, Digga! Die hast mir grad den Arsch gerettet. Ich hab dir mit! Was meine ich nicht verlaufen hat! Auf dich! Das ist gut! Das ist gut! Ne, nicht hebt so gebrochen���iert! Komm her! Leer, Hayter! Oh, es ist für die Party! Ich kann die! Revenant ist tot, Revenant ist tot! Heal! Was? Ich weiß nicht ob die, ja die sind schon da Die kommen, ey die muss nicht sein Oh shit Die sind gefährlich, oder? Einer ist close, auf dem Dach, auf dem Dach 28, White Oder ein mythisch, ich weiß nicht Ne, war glaub ich Nein, White, White White, Low, 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 Low Shit Oh, da ist doch ein Pfeil Ich bin nicht gekommen, ja, ja Das ist die Pfeil, fertig Ich hab mich nicht gekommen Warte, ich... Äh... Jetzt Wo? Close, hier oben Hier war einer gerade E-Pish 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 Schiele Der einen ist blau 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 kommt er hatte gar 20 um 4k warum kriegen wir solche gegner gerade finde ich war wichtig ich mache immer ausrechnen ich mag kurz so jetzt immer was damit 36 ok placement top 9 aber dafür ist die runde nicht so lange gegen haben wir gut punkt ja 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 kurze zeit viele punkte innerhalb von 39 minuten haben wir aber erst drei runden gespielt digga noch nicht einmal placement punkte bekommen ja wie viel sind die erst mal kurz ich guck mal kurz was für ein rank wir sind wir sind 26 26 wichtig wichtig wir sind 14 höher gekommen eine runde wir kommen näher und die anderen sind wie gesagt nicht angemeldet was war ich gucke warte ich muss nochmal nachgucken Emil hast du nicht nachgeguckt nein ich hab's nicht gefunden in den Regeln ich hab dir auch so einen Link geschickt Regeln durchlesen da hab ich geschickt da mit dem Turnier war das nicht vom anderen Turnier was du geschickt hast nein ich hab auch Regeln für das Turnier jetzt auf Fortnite Turnierer aber schnell bitte eine Wüte jetzt mal oder du gehst auf Battlefyseite und dann Battlefy ok komm wo gehen wir hin? wollen wir Kapester? gehen halt kurz ich rufe nochmal kurz ich rufe nochmal kurz ich rufe da hin oh ein ganzes Diamond Trio kommt mit egal 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 scheiße aber ansonsten nur das Diamond Trio ich rufe da hin ich rufe da hin ich rufe da hin ich rufe da hin ok ich lande ich splitte rechts ich lande da unten und never mind die landen genau bei meinem Haus nein da drin ist die Spitfire kannst du die haben? ne Volt ja nimm die hier ist auch noch ne Volt aber keine ammo ne Handlock ja also ich nehme die Spitfire bitte nicht die ammo davor nehmen ne hab ich nicht vor aber ich brauch die die Handlock aber die Handlock ey die glaub fight ich glaub ich glaub die fight ich glaub die fight ich nehme einfach die ich nur einfach die Void damit ich etwas zu schießen hab außerdem ja hier ist noch leid ja ich hab die Void in Spitfire ok ich guck kurz bei ah hier hier pass auf äh first oh ah first place einfach 10 Punkte ähm oh 5 Punkte second 3 Punkte third ja 1 Kill bringt 1 Punkt Johnny kommt 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 oha on me on me on me oh shit geh raus 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 einer cracked einer cracked live in North one shot nice einer war cracked äh äh rave noch rave noch eine noch blatt und blatt und blatt und blatt und blatt blatt und blatt und blatt er ist noch flu er ist noch flu ja nice machst du machst du White 30 white 30 er hat Swap er hat nicht mehr so viel nicht mehr viel Nice oh mein Gott nice nice ich hab noch keine Bubble GGs egal keine Bubble braucht auch kein Metsch ich habe auch bei der grau amuswap nur brauchen amuswap eigentlich hier amuswap ja ich habe vergessen ich regeneriere einfach nicht egal ich brauche leid immer man ich habe kaum was hier ist nicht viel auf dem boot ab ist hier irgendwo noch ein schildsborg wo ich hab 10 schilds nice 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 wichtig wollen wir nicht auf erster warte erster zweiter und dritter gehen doch alles gleich zusammen nein nein nur nein nur das endgültige place eigentlich will ich jede runde mindestens 3 kommen so weißt du ist noch eine zählt hier von porten ist nicht habe ich habe 122 leitung nur auf den 20 möchte jede runde maximal sehen 100 heavy ammo zum nachladen und halt das shotgun ich habe ordentlich granaten ich möchte jede runde mindestens 5 kills machen ja wir haben drei ich bin heute halt im maximalen freundlich wenn wir cage rotaten soll das unsere rotation werden ja würd ich sagen ja ja mach ich mach ich mach cage oder mal schauen wo die pfeil sind dann aber wir bleiben nicht hier wenn es an gut ist das glaube ich aber looter aber hier ist immer hier kommen immer third parties ich habe jetzt 162 hier hat jemand einen life-infected jungle gefordert Wo? 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 Rechts, rechts, wo hier. Die Richtung. Ich bräuchte, ich bräuchte, ähm, Heavy Ammo. Emil, was hast du für ne Shotgun? Äh, Eva. Heavy Ammo, ich hab ne 124 Stunden Nachladen. Ich hab selber 100 Stunden Nachladen. Ich hab ne 0 Stunden Nachladen. Das ist meine einzige Range Weapon. Ja gut, ich kann jetzt hier... Egal, ich hab ne Wolken mit, äh, 15 Schuss. Glaub ich nicht. Ping, ping das, ping drauf. Ping die Volt, Moni. Die Champion made a poor choice. Nein, Digga. Er hat sie gedroppt jetzt. Was ist so ein Idiot? Du sollst im Inventar das machen. Wa? Hä? Ja, er weiß was ich... Ah! Wetten wir, du hast sie gedroppt. Ja, aber wetten wir, er hat sie gedroppt. Er hat doch gerade auch schon was gedroppt. Safe. Hier, ich dropp die Gans. Du sollst nicht gedroppen. Egal. Hast du jetzt irgendwie immer gedroppt? Ja, aufm Weg. 24. Stand direkt davor. Ja. Oh. Egal. Ähm. Oh Mann, Digga. Nein, ich hab jetzt irgendwie 4 zum Nachladen. Keine Ahnung woher. Tja, 4 hab ich gedroppt und dann nochmal 20. Da unten, da unten. Oh stimmt. Und da hinten. Hier unten sind zwei. Da oben ist einer drauf und der piekt auf irgendjemand. Leute, Leute, wartet. Ja. Ja, hab dich vor. Lass mal hier bisschen noch weiter runter. Ja. Johnny, du musst kommen. Ich bin genau hinter euch und schleide runter. Schleide runter. Schleide runter. Das ist in nem Haus, das ist in nem Haus. Ja, okay. Das ist mein Gebiet. Hier ist viel Energy Ammo, oder? Ja, ja. Ah. Diesen raus, diesen raus. Gehen zu Kefester. Ja, nicht zu Kefester. Wie heißt der Scheiß? Nee, ja. Da piekt der, ne? Aehm. Aehm. Ach nee, Sniper. Bereit nicht. Okay. Evi brauchst noch n Schaft für deinen Sniper. Kommen die? Ja, sie ist hier. ULT 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 ULT! Robin! Komm zurück! Mann! Die haben sie weggeholtet. Ja, 40, 40! Wo, wo, wo? Located. Weck wo. Die haben genau vor uns. Ist da nicht in ein Gas? Man, ich hab gar nichts getroffen mit der Hemlock. Die haben definitiv alt erkannt. Okay, ich rechne weg. Ja, ich rechne weg. Ja, ist es mehr als 1000? Nein, ne? Egal, trotzdem rechnen. 778. Schade. Ja, egal. Das war nicht der Plan. Mann. Ich muss da draufklicken jetzt. Oh, dann. Ähm. Aber. Aber weiter. Hast du die Leaderboard geguckt? Ja, ich guck gerade. Die ersten vier sind fucking groß. Wir sind Platz 29. Ich weiß nicht, warum. Die haben... Hä? Ich verstehe es nicht. Ah, ne, wir sind gerade hochgekommen. Hat sich gerade resettet. Äh, wir sind Platz 27. Hat sich gerade resettet. Okay, das ist okay. Das Ding ist, guck mal, das Team, was vor uns ist, hat elf Punkte, äh, elf Kills insgesamt. Äh, Digga, jetzt ist gar nichts mehr da. Äh, das Team, was vor uns ist, hat elf Kills und nur 3500 Damage, aber einmal Top 1. Das heißt, die haben, die haben einfach einen Punkt mehr als wir. Also, wenn wir Top 1 kommen, easy, wir holen richtig schnell auf, weil Top, ähm, der erste Platz hat 107 Punkte und wir haben im Moment, äh, 27. Und der, der dritte Platz hat 104, Digga, was ist los bei denen? Okay, ich hack, ich glaub, die hacken oder... Ja, die sind aber auch nicht angemeldet, von daher. Wir rechnen, wir rechnen, ich guck mal kurz, ähm, ob es das Team gibt, Junge. Das Team gibt's auch nicht. Hä, Bruder, warum gibt's denn das Team nicht? Dann haben die verkackt mit dem Anbilden, ich weiß nicht. Ah, zwei Leute, zwei Leute, zwei Team landen beim Markt, wir gehen danach direkt hin. On Mars, on Mars. Hier draußen, draußen. Draußen 73. Ja. Crack on me, on me, crack. Knock. Der Tyne hat natürlich ne Messe. Der Typ hat ne Messe, wirklich ne Messe. Okay, ich geh das nicht. Knock. In zwei gegen zwei, Leute. Der Typ hat ne Messe. Dein Gehör, mach ganz, ey. Oh oh. Wenn da oben, vielleicht wieder schick. Ist ja auch nicht. Man, der Ernst? Äh, okay, noch nass. Chill 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 chill, come back. Halt die Tür, halt die Tür. Ich hol ihn von der Tür. Ich kann die Gas machen. Crack. Oh, white, white, white. Ordentlich. 55 white. Almost one shot. On you. On you, oder was? Ja. Der piekte auf mich. Ich glaub ich nicht mehr. Elf. Äh, Silber. No. Oh, Banglow Laser, Laser, Laser. Banglow one. Ihr solltet pro schon gehen. Hast du deine Ultum? Ne, ne? Ja, was für ein Wolfpack. Ich hab nur noch 28, komm, komm, komm. Nice. Oh. No, me one, Ben. Ich hab noch einen Schuss, Mann. Er geht raus. Ich hab einen Schuss, Bruder. Er ist da drinne. Er ist drinne. Er geht raus. Er ist. Er ist. I know, I know. Er ist fast fertig. Niemals. Nein. G, G, E-Mail, Ren. Bitte nicht. Mann, es ist so dumm. Es ist so dumm, dass ich keine MMO hab, Alter. Der wix ist an der Messer. Und der, Fing? Ja, wir haben eigentlich... Ich hatte... Okay, schnell, direkt weiter. Ja, ich schick trotzdem ab, Digga. Einen Punkt. Das heißt gar nichts. Das heißt gar nichts. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich guck jetzt mal. Alle Teams sind, glaub ich, registriert. Aber wer weiß, ob die nicht... Vielleicht hätten die... Wir sind immer noch 27 da. Immer noch 27 da. Ja, Digga, die haben... Wir haben jetzt schon 17.000 Damage in total. 70 Kills in total. Innerhalb von 54 Minuten, Digga, war's? Nein, irgendwas geht da nicht, Digga. 5 Siege können die nicht haben. 5 Siege können die... Wir haben 2 Siege, 2 Siege. 2 Siege und... Ich würd sagen, wir gehen mal. Keine Ahnung, Bruder. Wir können hier so schnell 2 Siege machen, okay? Wir sind ja durch die Lobby durchgegangen. Nein, mach ich doch bitte diese. Okay. Bestimmt ist da irgendjemand von denen mit... Ja, irgendwas stimmt nicht mit denen. Ja. Wir können das halt so machen, dass einer von denen im Prinzip eigentlich hackt und der andere halt streamt. Ja. Also, das geht. Und das ist das Problem. Ah, trotzdem. Das würde man was tun, oder? Ja. Was das... Naja. Man tut es... Ich weiss nicht, ob man was von Merkel suchen kann. Ja, Chachach, nehm ich. Das wär halt absolut unfair. Ja, das ist halt... Aber es sind 3 Leute. 3, guck mal. Und ich glaub, die ersten und zweiten, die sind zusammen irgendwie. Weil der erste Platz heißt United States Army Esports. Und der zweite heißt United States Army Esports Academy. Ja, also... Die haben einfach nur hier hinten im Namen. Als ob die zwei... Zwei... Esports Team... Es... Esports Teams hier reingeschickt haben. Fuck. Wie unfair. Für 75 Euro. Holla, was auch immer. Ich mach grad Damage für euch. Naja, natürlich ist es Esports. Das wurde auf dem offiziellen Apex. Da können auch Esports Teams aber schon. Ich mach grad ein bisschen Damage. Ich bin gegen Esports hier. Ja, solche Esports Appenäne ist jetzt auch. Ja, solche Esports Appenäne ist jetzt auch. Crack! 2 und 27. 24! Ach sie nicht! ашxn! Dead, dead, dead! Marcell 15! Das schon Ramp hat dikkar! Die arranten drinne! Ja, ich, ne, ich burn Oh, crack, 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 nicht slow, nicht slow, alle Oh, zwei gelockt Nice, 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 low war's one shot Also, ähm, hat sich raus gericht Ich hab zwei gelockt Oh, crack Hier direkt unter doch Ey No, so lauf Ich denk, er wäre es Ich hab zwei Kills gemacht Nein, granate Ja, ich hab die auch mit Granate gehittet an in diesem Eilraum Na, das ist Granaten wichtig Flatline Oh, wichtig, dass ihn eingefriert ist Oh, wichtig, dass ihn eingefriert ist Ja Äh, hier ist nur der Max Oh, nice Egal, so oder so Wir pushen grad die Stats übel Das macht Spaß Warum spielen wir so gut auf einmal? Wenn wir uns richtig anstrengen Du musst das immer so machen, wieder Ja Ja Ja, wir spielen normal wie in unseren Lobbys halt Das ist nice Aber, halt mehr anstrengen Ich hab zwei Kills Ich hab zwei Kills Hab ein Okay, dann haben wir vier Geil Ich brauche Heavy Ich hab 132 und 240 Volt Krass Ben, hör mich mal an Schau mal Wenn wir in den Win Dann müssen wir auch insgesamt noch irgendwas mit 10 Kills haben Also machen wir dann nochmal 20 Punkte Ja, wenn... Ja, genau Wenn wir in den Win Das heißt, 20 Punkte mit No Win Plus den Damager noch Dann kommen wir richtig hoch Dann kommen wir locker Top 10 oder so Ich renne einfach Ich renne einfach Ich hab den Footsteps gehört Ich hab den Footsteps gehört Egal, 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 kommt zurück, kommt zurück Wir gehen so und da vorne fighten Welche Gebiol Vor mir Etwas weiter fighten Bist du nicht ins Portal? Doch, ist er Bin im Portal Das ist ziemlich langsam Consult your maps We are spread out Ach was Idiot Was lacht dir so... Oh, wow, wie weit ist Ben? Nein, Digga, ich hab nicht... Ich geh mit dem Jump Tower Wir haben über Kostik gelacht Warum über Kostik? Ja, weil er gesagt hat, wir sind zu weit verteilt Ja, weil er gesagt hat, wir sind zu weit verteilt Egal, wir werden zu weit verteilt Ja 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 Ich schieß grad ein bisschen auf die Macht und bisschen damage Ich hab einfach 78 damage mit der Granate und noch mit zwei Kinks Das sind drei Teams, glaub ich weil ich gehe zum drücken die meiste sind aber einer von denen ist mythisch und wieder rüber phoenix und kann ich ja ja das überlassen oder ich muss ja nach der runde muss ich mal ganz kurz weg dann bin ich ja ganz kurz du bist auch einfach so funktioniert ok also der typ trifft alles auf die range mit flatline ein bisschen Angst lass mal weiter rotaten ich will nicht gegen die Pfeilten die sind hier ja komment trotzdem ich mache die Importen wenn die hier hinkommt diesen Leute ich kann zu Bubble Placen ja und oh mein Gott was was vielleicht kommen die ins vorder ja gut 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 wir sind nochmal zwei Spiels jetzt oh kriege ich eine bet ja nimm die bet ich habe zwei jetzt ich habe auch keine bet ich habe noch eine Spielsäle die sind da noch eine wir sind close wir sind close wir sind close oben oder unten beides crack oben oben low oben low very low very low nein soll ich ulten ja mach 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 almost dead on me on me crack oh ich habe mich getötet crack crack noch noch einer ich will gar nicht los ich habe nicht bei dem Dude nein ey ich könnte noch eine Waffe das ist noch eine kann ich nicht Bro die Waffe geht gleich weg ich kann nicht ey rennt 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 rommeln irgendwo hin ich habe nicht zu viel schraubt nie diga ok ok capsipel rennt einfach rennt rennt versuch jetzt placing zu bekommen ich habe aber den finish noch nicht bekommen vom anderen hoffentlich gleich ich hab grad keinen bekommen leider aber ich hatte eigentlich zwei genockt und hab nur einen gefinished bekommen weil ich meine den den du versuchen wollte zu finischen den habe ich und wir haben nicht bekommen das welchen wollen wir die quad party egal wenn die runde vorbei ist zack neue runde obwohl hier muss ich ganz ganz klar muss so oder so wir sind diesen so an versuchen mein kaputt immer noch ja ich weiß Intense Pops Hardcore Pops Genau vor dir Ja ja Genau an meiner Pops Ich bin die Tat schon gefreut Hey was ist vor mein Oh fuck Was ist hier los Der eine Typ der spielt doch nicht ganz Ah Ja Geh einfach auf die andere Seite irgendwo rum Das macht Traps Mach schnell hinter dir ist der Trap Du kannst dich bisschen auf Ah ich drücke die nicht an Ja nice Ja sure Ah shit Ich kann ihn feitlein Ich hör einen nur Egal ich geh jetzt nicht auf Placen Das ist ein Pie Boys wahrscheinlich Nein Er wollte grad rumdrehen Das ist ein Lobau noch wäriger Hast du Pordel? Ja aber ich werd jetzt kein Pordel machen Da ist ein Lifeline auch dabei I know Oh scheinbar du kannst nicht ins Baum gehen Auf den Baum nicht ins Baum Heißt nicht ins Baum Nice Wie lange musst du wegrennen? Top 3 Achso wie lange ich wegrennen muss? Wie lange musst du wegrennen? Wie lange musst du wegrennen DIGA Wie lange musst du wegrennen? Wie lange musst du weggehen? Nein, wie lange wirst du weggehen? Keine Ahnung, nicht länger. 2 Minuten. 2 Minuten irgendwie so. Kannst du einfach auch weggehen? Wir waren 15 Minuten weg, obwohl wir uns einspielen wollten. Lass mal still. Ja, was ist was anderes als denn hier? Hostel over there? Just 10 seconds. Hey, es wurden 2 Graft. Kannst du nicht auf... Ähm... Ding schon, wenn ich da geh'n. Au. Jetzt sind, hä, jetzt 5 verbleiben die Spots auf einmal. Die ganze Zeit schon. Ja, kannst du nicht auf Ready gehen, wenn du gehst? Damit wir... Ja, dann müsst ihr aber meine Karte holen, ich springe einen Totimus-Hot-Drop, ne? Und Delay-Drop. Ja, weil welche Angst hat eine Runde ganz... Ja, klar, klar, klar. Können wir so viel... Können wir so viel von... Ja, vielleicht gewinnen. Ja, ich muss halt trotzdem hochladen. Ihr könnt's nicht. Also, ihr müsst mir versprechen, lange zu überleben, weil sonst kann ich das... Sonst werde ich rausgucken. Jaaa... Wenn ich so hochladen. Bitte jetzt, ich brauch einfach nur Places noch. Und wenn nicht, mach ich von... von dein Stream als Screenshot. Schick es dir. Von meinem Screen kannst du... obwohl im Stream nicht... Hallo, Adam! Ist Adam da, oder was? Ich seh, ich... er hat noch nix im Chat zu finden. Hier, mein Stream ist ab und kurz. Wie viele laufen, schauen dich zu? Gerade? Ich glaube zwei. Ja, da steht halt... Ja! Wer Ben? Nein, was? Oh, let's go! Top 3! Okay, wenn ich jetzt... vielleicht geht noch Top 2. Oder... first, aber mal schon. Was gibt Top 3 3 Punkte, glaub ich nur? Immerhin. Wie viele Punkte sind das? Drei. Ich hab euch einen Screen-Shot geschickt. Ja, das ist sehr viel. Scheiße, was mein Handy? Oder was mein Handy? Ich hab einen Screen-Shot gemacht, aber ich hab ihn nicht geschickt. Hier. Top... äh... Top 2, 5 Punkte. Möchte ich auch 3... Top 3... Warte kurz, ich guck, hat, ähm... Placement. Äh, also, welche Platz wir sind. Wir sind 35. 34. So muss man rechnen. 34. Platz sind wir. Am Top 2. Wenn wir jetzt noch einen Punkt... Okay, wir sind eigentlich nicht 24. Wir sind... Wir haben noch ein paar Punkte auf jeden Fall. Das heißt, ich würd sagen, wir sind so... Ja, doch, 27 Spieler. Nee, ich glaub... Ich selber hab' noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Kills ihr habt. Äh, ich hatte 2 Kills. Okay. Und eben hatte einen. Ja. 5 Kills. 5, 6... Wir haben irgendwas mit 8 Punkte dann gemacht. Noch mehr sogar 10 vielleicht. Okay. Ja, 10 Punkte dann würden wir... Mit 10 Punkten wären wir bei... Platz... Warte, warum ist das so un-on-sortiert? Äh, Platz, warte mal. Ja... Das ist... 27... Ne, 28. Deswegen Top 2 wär schon wichtig. Dann kriegen wir 5 Funke. Äh. Dann sind wir nämlich... Platz... 25 oder so schon. Ja, ziemlich genau Platz. Ja, Emil, dann müssen wir versuchen, so Marke zueinander oder so. Ich spiele hinter mir, halt. Weil du hast deinen Caustic und... Dann könnten vielleicht irgendwie auch... Bunker, Bunker wär' gut. Oh! Geflussswitch die Map eigentlich. Ist schon geswitcht? Oh, scheiße. Wenn... Der in die Richtung ist einer. Wo? Nach links. Da. Da. Hab ich gesehen. Nein, rechts! Ja! Ja, gleich! Es geht jetzt nicht. Meine Güte. Er hat zwei Sekunden. Hier sonst... Okay, zwei Sekunden... Das weisg mal. Solltest nicht... Ich schreite an, bin ich weggehn auf! Soll Spaß! Und 3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Es wär' eigentlich scheißegal, wenn wir nicht gewinnen. Weil... Wer nicht auf PC wäre, könnten wir vielleicht... Das gewinnen, aber... Ich bin leider nicht auf Google. Ich kann nicht zu viel machen. Warum zoomt der Wichser nur rein? Ich muss doch nicht weg. Ich muss doch nicht weg. Ich habe gerade Essen bekommen. Es gibt richtig gelles Steak. Alter. Juckt uns nicht. To mir ist wichtiger. Oh, Graeber. Digga, die erste nach 21k Total Damage und 96k Total Kills. Ja, die Hektar. Wo sieht man die Leaderboard? Das ist Gott bei den ganz guten Greenclips. Die haben 7. Die haben 27 Points, der erste hat. 553 Points. Aber es ist nichts von den e-Spots, es ist Blattgott. Hey, ich könnte es nicht schocken. Eigentlich ist es schon, aber safe. Wieso sind die, glaube ich, nicht auf Cloud-Ausweiß? Doch. Ja, ist unser Team. Schweig. Audited. Warte, man sieht uns ja nicht bei den ... NIEET! 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 Ahahaha! Da wollte er doch nicht mehr. Da hatte ich einen Disrespect. Blut mich. Nein, natürlich. Wollte aber er wollte. Er hätte da gemacht, wenn er scheiße gelesen hat. Egal. Jetzt sehen wir, schauen wir. Wir kennen sofort die Damage zusammen. Same. Oh, ich hab nicht so viel Damage. 2000 irgendwas, ne? Ne, nicht mal 2000. Scheiße. Nein, fuck ich hab falsch gemacht. So, speichern. Wir haben 5 Kills. Wir lesen den 2. Wie viel Damage? Eben, scheiße, scheiße. 1.850. So. Datei. Zack. So, es ging schon zählt. Hochland. Okay. Oh, ich glaub ich gehen endlich. Olympus. Olymps. 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 Oh, ich kann mir eine neue Legende gleich machen. Ich kann mir schon 2. Ich kann mir schon 2 überbrechen. Okay, ich suche uns. 29. Wir sind unter Clutch Place E-Sports. Olymps. 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 Wir haben einfach gleich viele Punkte. Wir haben gleich viele Punkte wie die. Geil. Nur die haben in einem Win-Mare. Aber die kann mir das andere Team, dass alle 3 noch überlebt haben von denen. Olymps. 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 Oh, da auf zwei Teams lande ich geh bei diesem Haus Ich lande unten, oh da lande ich mal mit Oh, oh mein Gott, lande ich mal mit Oh nein, ich hab weg, ich hab packen Emil, hau ab da Mich, mach mich, mach mich Ich hab's geschafft, mir eine Waffe zu holen Ich muss ganz kurz verlistet Gib me red, gib me white, gib me one shot Mann, nein, gib mir mit mir abgeschaut, scheiße Das ist alles Wir können hingehen, wir können hingehen Ey, wait, 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 one shot Let, let, let Ich hab auch einen, ich hab auch einen Komm, komm, komm Wait, one shot, lifeline, one shot Mann, so low die lifeline Nein, lass so low hier bei mir Wo bist du überhaupt, Mann, das fuckt schon mehr weiter Ja, ich wollte den kill von den Ja, du sollst dich Ich hab den kill bekommen, ich hab den kill bekommen Ich hab den kill bekommen, ich hab den kill bekommen Auf den Dach, oh no Blue crack, auf den Dach Almost dead Face it back, face it back Äh, grau, almost cracked Baby Ja chill, wenn du hier reinkommst Komm mal Komm einfach, komm einfach, komm einfach, komm komm komm, zieh durch, zieh durch Ey Halt das mal bei Mach du mal Ich brauch keinen, ich hab zwei, 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 zwei Dings Ich hab neun, neun energy ammo Nicht zum nachhören, sondern mit meinem mag Das ist mies Ich geh hier hin Let's go this way Nicht ohne, hast du da? Gefuse, Dings Nein Ach nee, das ist diese PIL Wenn sie los Was macht die denn? Komm zurück, komm zurück, komm zurück Ich komme Ich hab nur mit Flatland auf den Eisel geschossen Ja, ich bräuchte hier jetzt Sehr viele PIL Sehr viele Wir sind auch nochmal Ich hab auch gefeiert Richtig gut ist mein Aufmerksam Wir haben immer noch zwei Teams in der SLS Wollen wir die Feiten? Ja, wenn ihr Schild habt, dann könnt ihr die Feiten Schild, 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 Schild Wo sind die Schildte? Wo sind die Schildte? Ein Team ist hier, ein Team ist hier, ein Team ist dem Haus, ein Team ist Mitte Ich will eigentlich keinen von dem PUSCH und ich will eigentlich warten bis wir schon weiter Ich muss da einfach Damage machen Oieieieieie, nicht reinsteigen Unten Oh f*** Episch almost trench Wie hier oben Hier oben war, hat einer, der ist weg Oh ja hier, close 30, loose Ich hab keine Energy in Ammo mehr, 0, 0 Da unten im Haus in die Granate Lass Backoff, Backoff, Backoff Ich will jetzt nicht, äh, alles gehen Lass mir Jump-Tower irgendwo weg Weil ich hab nur keine, ähm, Energy mehr Ich hab kein Kill Ich hab hier schon so viel gesucht, die Geld Das ist schon mehr als Verbrauchter Nein, ich hab kein Kill Ich hab kein Kill Ich hab ein Kill Ich hab ein Kill Lass, äh, lass links gehen Chill, hier sind welche auch Unter uns sind auch welche Lass, äh, Turbine Oh White, white, einer Was? Oh mein Gott, diese Kackskanate hab ich mich so weit weggefrengt Aber das ist ein anderes Gott, anderes Gott, oder? Ich glaub ein anderes Gott Emil, du könntest mich noch so ein bisschen zurück Wie die alle auf Finish gehen, Mann Ich glaub, wir spielen auch dieses T-Town Oh, fuck Oh, ne, da, die craften da, Alter Ja, die werden gefurrt, halb Ich hab eins aus Magazine Die werden so gefurrt, wir sind gleich alle scho Gleich, die Leute Ah, die Gleich haben wir 1000 Leute Ja Dann müssen wir ja liefen, sowieso Müssen wir liefen Ja Einen hat's mir grad nicht Äh, also Ich glaub, in den 5 Minuten Wirst du nicht Top 3 schaffen Deshalb würd ich dir einfach sagen, dass du versuchen wirst zu flicken, die Mode Ja, ich will auch sagen 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 Du hast kein Cover, nicht schießen, nicht schießen Du hast kein Cover, du hast noch kein Cover Nicht schießen, nicht schießen Nicht schießen, nicht schießen Wohl die Cover und dann jetzt Jetzt kannst du schießen Ja, guckst du gleich rein Oh, ich bin da Wunderschön, alter Oh 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 Hääk Oh 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 auch er könnte dritter Platz noch schaffen. Ja, oh, 4, 4, 4, 4 Falten die noch? Rennen, Rennen, Rennen doch noch 3 Minuten, einfach 4 Minuten weiter zu lang rennen 4 Minuten muss ja ein Schermin nicht an die Sohn oh, man ich habe so lange keine Messpferd, egal, einfach weiter einfach nicht den Gegner rein, einfach 2 Zuschauer, what the fuck, wollen wir weg und zu Adam und noch jemand anderes vielleicht ist ein Devlopper von dem eh, hello guys, please write in the chat so we can see who you are love from John würde ich auch, ich habe sie gehört, ich was für einen vollen gebe ich denn? Doppel gehört, ja ich habe vollen nicht, die haben sich die oh, shit, mate oh, shit, mate oh, shit, mate oh, shit, mate oh, die feiten ja, das heißt so ne good shit, good shit, die feiten, die feiten Top 3 und dann lief, würde ich sagen, weil sonst wenn du jetzt nicht vor der Zeit liefst, äh, zählt die Runde nicht ich werde extra richtig auf die Zeit schauen, okay, damit ich gleich verreckt, verreckt doch einfach heiß, voice crack ja, ja du hast noch ungefähr eine Minute ja vier Leute genug oh, let's go okay, lief, lief, lief ich muss aber ein Screenshot machen na, oh ja ja äh, der Mensch, Robin, der Mensch 1,2,3 917 917 1,2 3 Krwe 1,2,3 1 2,3 2 5 1 1 1 2 1 2 1 wir sind 34 ich habe jetzt erst abgeschickt muss gucken jetzt sind wir oh origin ja okay er will ordentlich damit starten oder verhaftet 8.007 der Schammer bei mir nur beim Stoffen hat 424 wir haben 45 Punkte war okay der Forms der nächste den auch von Köln die 4 und nicht in der richtigen Reihe immer stimmt in der Seite nicht muss die ganze aktualisieren wir werden einfach am Ende sehen ja ich glaube 47 46 das nächste was wir überholen können wie viel bund haben wir 45 ja wir können nicht schaffen wir haben ein viertel von dem was er es hat die haben einfach 124 kills 28.000 damage viermal erster platz einmal zweiter platz 2 ja noch eins schon dreißig Minuten und noch kurz auf Klone kommt und Vielen Dank. Vielen Dank. Die kommen, die sind, die waren das letzte Mal zweiter Platz, die sind wieder zurückgekommen und sind jetzt besser. Stimmt, und welche heißt Dings Chinesen? Das ist so. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin wieder da. 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 hier direkt weiter würde ich sagen wir können die oben links ist ich habe abzüllen aber die sind zwei ich brauche noch mal ich gehe für den Marvin er ist hier vorne ja was bringt uns jetzt in marven gold jetzt ist es ein rucksack oder irgendwas weiß warum ne mäste wie ja wir können die runde gewinnen mann ich habe zwei digital danke sehr er droppen gold und zwei digital digital kann es auch normal sein sei ruhig der deine aussprache von der Digitix, was ist daran? Schlau Nicht nur dieses Wort, Johnny Nicht nur dieses Wort Wenn du noch chillen sagst, weiß ich nicht ob du chill meinst oder schillst Ich bin mir da nie sicher Schilde? Hä? Was ist daran? Schilde Ja du sagst chill Ja du sagst schilde Nicht schilde Und du siehst Adam, sie mobbing mich immer wieder Warum guck er denn? Ich guck doch gar nicht zu Oder er guck, er guck zu Ich hab' zu Oh nein, du musst du schon dran schenken Also bitte mich nicht blamieren Du darfst nicht Ich guck doch nicht Genau das mach' ich Ich guck mal zu Oh, zwei Leute, was ist hier? Ich bin auf einmal famous 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 Famous Populare 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 6, stark, was ich mal hatte 100 Ah Ben, du bist so dumm Hehehe Ich bin einfach dumm Einfach, dass du sagen, von dir zu hören ist, um dumm Hä? Bist du dumm? Ich weiß nicht Bist du herverkehrt? Hey, du bist ziemlich dumm, dass du so was zu mir sagst Ja, glaub schon Guck schon Geh, jetzt weiß er was zu sein Du bist nicht dumm, dass es lebensmüde Das ist eigentlich sehr schlau Schau mal das, die Messer Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Oh, ich bin in der Message Sag, wo die Message ist Komm, komm Wenn jetzt gelohnt Oh Was? Das ist ein Messer Ja, Digga Ich hab's doch bewusst zu Idiot Er hat dich nur getestet Ja Idiot Ja, Idiot musstet ihr einfach noch rausballern, oder? Okay, Jungs, wir haben das Käfig Keine Ahnung Ich hab noch nie in meinem Leben Idiot gesagt, Idiot Johnny Brüder Johnny, guck dir unsere Schilder an Warum sind's häufig Bingslussen? Jaa Schild, ich hab immer nachdenken Das nennt man Alzheimer Close Lol, was? Ich komm Oha Auf einmal höre ich eine Million Steps WTF Hilfe Wir sind unter uns Ganz unten, ganz unten, ganz unten Robin, pass auf Ähm, du bist nämlich gleich wieder Und da kommt noch ein Squad Oder? Mit Auto, da, da, da Weg, 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 weg Hab ihn Oh, was? Du hast einen? Also nicht Nein, nein, nein Einer Crack Ah, zwei Crack Alle Crack Alle Crack Jajajaja Schiele, Schiele Ich, ich Portal Ich Portal Emi, versuch zum Portal zu kommen, ja? Ich bin schon da, ich bin da Ja, es schießt noch mehr auf Ich bin durch mein Leben gerettet Johnny, wubble, 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 wubble Heal up So, wir können, so ist die Forten Party Forten Party Ich hab die Fresse Digga, Johnny, ich sag, du hältst einen Ich busch rein, auf einmal stehen da drei Leute vor meiner Fresse Ich, ich hab auch, also, ich hab Sprachfehler, du weißt Wollen wir, wir, wir bleiben trotzdem auf Distance erstmal Von rechts und von links und in der Mitte sind aufs Wort Lass mal, lass mal hier weiter nach hinten gehen erstmal und warten, bis sich die ganze Situation ein bisschen beruhigt Braucht eine R301 Nein, brauchst gar nichts mehr Ich würd gerne da reingehen, einfach so mit Vordeln Oh, hier ist meine R301 Oh, wenn ich liebe deine Mutter Hä? Ekelhaft, Junge Ekelhaft Wir können die links pushen hier Die werden grad absolut low gemacht Für uns Hier, direkt links Oh, schau mal, die Fight wird dort alle so krass Ah, die sind Beispiele drauf Ah, die sind Beispiele drauf Ah, die sind Beispiele drauf Let's be honest, I'm the only real champion here Oh, er 30 Bleibt dann an der Chest Ja, auch da Wir könnten so easy pushen Ey, rein pushen, komm Nein, 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 nein Schlipp, schlipp Ich hab meine ult noch Ist deine ult? Ja 34, mütig, Crank, weg Oh, meine Solo, komm Nein, Ullo, geht weiter Oh, oh So viel darfst du? Äh Ich geh da hin Kommt mal her Was für kommt mal her? Ich bin hier perfekt zum Resen Die können nicht mehr auf mich peaken, bitte Ja, die können mehr auf mich peaken, die sehen das geht Die können mehr auf mich peaken, die sehen das geht Mein Tordi ist auf 73, 73 Mach keine Faxen, ne? Was? Mach keine Faxen Mach keine Faxen, ich neig auf die Wo sind die überhaupt? Die, die hättet mich Resen Die kommen, die kommen, die Trumpets Ich hab die alle so low gemacht, ich hab Ich hab 400 damage geführt Ich hab noch kein Portal Ich hab noch kein Portal Ich hab noch kein Portal Wie lange noch? Ah, 90% Aber ich kann auch, wie soll ich Portal wieder So, kommt Wenn einer bei dir ist, ist 94 95 96 97 98 Ich werd Portal, ja 99 99 Okay Ich snipe auf die, ich snipe auf die Kannst du mich direkt Resen? Direkt Resen Nee, geh rein, geh rein, Junge Man Bitte eh, mir direkt Resen, direkt Resen Fuck Los Oh, man Super Wir können ihn da oben Resen Ich sag bei allen Ich werd auch Ja, weg Oh Ach was Ich trenne hier überhaupt nicht in der Luft Vor uns in welchen Und die fighten, die fighten jetzt Ja, wow, jetzt fighten die wirst du schon an Was? Ich hör eine Craver und die hinter uns fighten auch Also alle fighten Leute, das war's meine Schuld Ich hätt' nichts zu tun Ach was, warum bist du uns so ein? Und ihr hättet zu sagen sollen Nicht so schlimm, Leute Alles Nicht so schlimm Ist das schlimm? Nein, Scholli, es ist halt mal schlimm Warum soll man lügen? Was ist die Scheiße? Stop criticizing Stop criticizing me I don't like that Das ist wie ein Vorfall Komm hierher Wollen wir die abfahren? Wir sind noch nicht Top 3 Oh, Loba, Loba, Loba Oh nein, was, was, was? Jungs von der anderen ist Gott Äh, äh, wir müssen da lang Wir müssen da lang Da ist doch auch ein Ziel Nein Die werden jetzt so auf mich Mach Bubble oder sowas Keine Ahnung Warte Ist halt auch in der Luft Warte On me, on me 74 Danke Er ist gefaced Er ist gefaced Da kommen welche, da kommen welche von da 31 hältst du Äh, minus 50 Minus 50 Minus 51 Warum fighten die gegen 50? Oh shit Oh shit Er ist ins Haus oben rein Oh Marvin, du Nee, rein Mann Was machst du denn? Geh vor die Tür Geh vor die Tür Oh nein, digga, er kann natürlich Guck hin, los, Emil Schau hinter dir Hast du Bubble, Bubble, Bubble? Wow, ich muss direkt Almost dead Ray, almost dead Hab gefinished, wichtig Ich hab so viele Nein Doch, so viele So viele Lacken Explode Nice, dead Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Kommt ans Fenster Werde ich? Oh, wir kommen hier nicht rein Von fast zu drinnen Oh, sechs mythisch Nice Ich hab zwei Leute geholt, Jungs Was ist los? Du hast drei Kipps Ja, ich hab zwei Leute gerade noch geholt Gleich Dann komm, ein Hit noch, da hast du ihn toll Damage Warte, Ben renn weg für die Top 2 Ja, das ist der Plan Ja, das ist der Plan Ich brauch... Adam rupt mich an, auch fast Adam Hello Oh, Kraber Hälts Maul Hello Oh Yeah What? Ey Shut the fuck up Is der dumm Ist der behindert, der Junge? Weißt du was ich mit dem? Mach ich bun ihn gleich Pick McBuntin weg, Junge Shut the fuck up Hehehe Yeah, Mad is bad Shut up Shut up Yeah, yeah Okay Yeah, yeah, yeah That's true, that's true But... The biggest problem Is even Like, his aim Doesn't even Compensate For the amount of Mistakes he done, Bro Like He doesn't He... Explained the aim Ja, und er ist der Beste Er ist der Beste Hehehe What the fuck, Junge Hehehe A guy in Miami one shot And he still doesn't kill Ich ban ihn gleich so weg Ich ban ihn so weg Und er ist der Beste Nein, nein, nein Wo ist der? Nein Hehehe 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 No, they're better than you Hehehe Und er ist der Beste Und er ist der Beste Oh, ne Oh 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 Top 2, Jan, läuft Adam, you know, Top I'll get you Mmm And I'll get you You know I'm going to get you I'll get you Aw I will get you Adam Yeah, we did Hhm Ich bring den Jungen um. Ich bring ihn um. Ich bring ihn so um. What? Oh, wir haben Ace-Ju hier bei uns. Eingebildetste Scheiße, Digga. Er hat geschnauzt jetzt. Wollt ihr auch spielen in der Tournament? Nein, ich muss nachladen, Bruder. Ja. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Es entlaucht gar nicht, wie er sich für mich das macht. Emil, ausrechnen, schnell, schnell, schnell. Ich frag dich gleich. Rechne schnell. Rechne schnell, Emil. Rechnen. Emil, damage? Warte mal. Digga, nix. Warte mal. 2833. 2833. 2833. Wer soll einfach nicht schnauzer halten? Wer soll er nicht? Wer soll er nicht? Wer soll er nicht? Wer soll er nicht? Emil, er, er ist dead. Die Runde hat gefühlt fünf Stunden gedauert, Alter. Warte kurz, Origins. Boah, 38. Platz, was los bei uns? Hä, wie? Jetzt haben wir noch... Ne, wir haben 62 Punkte. Der Ries ist ja immer noch, Alter. Kann er mittlerweile einfach nur mal kurz ruhig sein? Einfach nur mal kurz ruhig sein, der Ries ist. Immer und immer weiter. I don't know, maybe. But we'll see. All that matters, it's being the last one alive. Today is gonna be our day. Yeah, I'll tell them, Adam. CUT! Per kill, one kill? Das fühlt so geil. One kill, we're getting one point. Delave FPS, Digger. Das geben. Der geht jetzt auf, und da kratt. Ja. Ach, du scherz. Johnny, leg einfach auf hier, ich kann es nicht mehr hören. Johnny, sag ihm mal, er soll mal kurz in den Chat schreiben. Es soll einfach seine Meinung in den Chat schreiben, ganz ehrlich. Adam, you should write your Meinung in the chat. Meinung in the chat. Ja, Ben, he said, he wants to read it. Meinung heißt Opinion. 1,000 damage, 1 point. Adam, I have to legen auf, now we're, we're landing. Digger, du redest nicht so 5-jährig, I have to legen auf. Doch, es heißt, I have to legen auf, ne? Achso, nein. I have to quit the call, so. Quit the call. Oh, no, 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 no. Warte, warte. Er geht hoch. Alles gut. Ich würde hierhin gehen. Ne, 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 verfeucht Ben. Lass hoch gehen, würde ich sagen. Ja, hoch. Ja. Also, Digga, in der nächste Runde schon wieder so anrufen, so ein Ausraster schiebt, Digga, hau ich dir meine rein. Sei leise, Emil. Wie kann man so nervig sein? Sagt, sei leise ihm. Wir haben hier mal, äh, Delays FPS am Start, hier im Chat. Der uns mal frisst. Emil. Emil, wir haben's verstanden. Ich, ich ne die Messe. Emil. Ich mach die nicht mal genau, halt die Schnauze. Bitte. Ja, hier. Ja, hier. Aber ich nehm das 1er. Oh, ich liebe. Ja, ich liebe dich Ben. Kein Wunder. Was mit dem Shockerbolt? Okay, dazu. Danke. Ich brauch ein Heavy-Moment. Ich hab 20. Ich muss mich fiss dich. Die sind hier. Egal. Die sind unten. Hier. Nein. Und hier auch, vor uns, vor uns auch. Ja, komm einfach her, komm einfach her, komm, Johnny nicht feiten. Tschüss. Hier, hier drinnen. Ja, ich steh hier. Ja. Ja. Du hast Self-Rest. Mach Self-Rest vor der Doh. Mach Self-Rest vor der Doh. Mach Self-Rest vor der Doh. Oder runter, 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 runter. Lass runter, lass runter. Lass runter, lass runter, trotzdem. Komm runter. Wir warten öfter bis Robin, ähm. Warum runter, Junge? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach Self. Komm. Sind alle da, sind alle da. Zwei Crack. Einer Knocked. Zwei Knocked. Nur noch Lifehank. Golden Self-Rest. Verfolgen da, verfolgen da. Ja, ja. Verfolgen, Junge. Ich schiehe kurz. Ich schiehe kurz. Nein! Oder was? Oh, was ist denn? Oh, okay. Ich hab absolut daneben geämmt. Oh, noch ein Scott, oder? Nee, alles. Das war das. Der Lifeline. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir werden die Runde so hart gewinnen. Ich hab sehr gutes Loot. Bitfire. Sehr gut. Immer noch guten Loot. Gutes. Du hast es bis heute nicht gecheckt. Für wie lange Schock wir eigentlich schocken waren. Und du checkst es heute nicht, dass es ein Pen heißt. Wann? Ich hab nur, ich hab nur, ich hab nur 10 Energy. Ja, so Ben ist mein Deutschlehrer. Es ist seine Schuld. Ja. Das ist die Schuld auch so. Und zum Fick sollte Ben dein Deutschlehrer werden. Keine Ahnung. Ich glaub, das will auch keiner freiwillig sein. Keine will freiwillig mit dir zusammenarbeiten. Dafür werde ich zu wenig bezahlt. Ja, wie viel kriegst du denn? Oh, ich hab grad gemerkt, ich hab wieder Geld. Ich kann ja... Oh, ich kann ja Combos kaufen eigentlich. Im Prozess. Und dann kann ich AP wie viele... Oh. Scht, sagst du nicht aus. Checken. Hallo, checken. Bist du dumm? So, mein Freund ist very gay. Wir haben mein Freund Benyamin. Mein Freund. Bro, ich brauch einfach nur... Die Nachname ist der Allmann. I just need energy for you. Benyamin, der ulti mit Diff Allmann. Ja, shut up. Ja, shut up. Wann hat er eigentlich geschrieben? Meinungen streamen reingeschrieben. Da hat er nicht... Er hat noch nichts reingeschrieben. Hallo. Hey, ähm... 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 Big Boy, äh... Hier ist jemand, hier ist jemand, hier ist jemand. Ja, ach was, ach was. Sei leise. Doch, hier. Big Boy Lace, äh... Please... Big Boy Adam, please, ähm... Write something in the chat. Oh my god. Fire in the hole. Oh, noch, 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 noch. Wichtig. Äh, Bubble, Bubble. Oh nein, Emma. Einfach reingehen, einfach... Er macht Normal Rips, er macht gar keinen Bubble Rips. Crack! Crack! Noch. Nice. Oh, schnarrer hinter. Another squad, another squad. Ey, könnt ihr zurück... Ey, hier ist der Goldfinder. Self-Rest hinter uns. Er hat schon geself-raced, oder? Ey, jajaja. Ich mach Portal, komm her, komm her, komm her, komm runter, komm her. Komm her, komm her. Komm runter. Komm runter. Komm einfach runter. Da ist der Pfeffer in der Ecke Das beste Portal ever Das beste Jumphead Port Oh die Ramp da in der Ecke Blue 15 White 15 Da sind zwei reingeportet Da ist zwei nochmal Nice Oh das Ehre Wollen wir hin? Hast du ein Jumphead Emil? Wenn du ein Jumphead hast gehen wir da hoch Mit dem Ding Also im Prinzip da das Jumphead Placing Damit wir da hochkommen Wollen wir da hoch damit? Ja Erreste Erreste All dead Ne einer lebt noch Dead Da ist noch ein Team Da vorne Die haben gute Posi Hä? Face Anders Hallo Da ist jemand 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 Hab ich doch Wo? Am Arch Hier kommt jemand hoch Stor Ich Murl Zum Glück kein Octane, Junge. Octane wäre noch mehr abpackt. Octane wäre ich einfach geliebt, Alter. Wie viele Kills habt ihr? Null. Zwei, siebenhundert Damage. Zwei? Ey, Octane wird Perfiner, so bleiben dort. Ich hab auch zwei, ich hab auch zwei. Wollen wir ihn verfolgen oder zum Drop? Wenn im Drop ne Craver drin ist, wer hält das? Nein! Ich hab ihn nochmal 50 White gegeben. No way, no way. Scheiße, man. Wir müssen ihn verfolgen. Octane, komm, du bist eigentlich der Schmester hier. Jungs, 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 Jungs. Ja, okay. Mein holo wurde geliked, Jäger. Dahinten sind immer noch Gegner. Also verrollen die nicht mehr? Nein, wir verfolgen nicht. Ich hab, ich hab neul Schuss, ich hab neul Schuss, Leute. Ah, wie viele Bats hab ich? Ich hab noch eine Schmücke, das Gold ist hier. Ich hab gar keine Bats. Die sind rübergekommen. Die sind jetzt in der Mitte da, glaub ich. Ich glaub ich hab neul Schuss. Ich bin grad nicht bei euch, also ihr müsst ganz kurz... Alles gut, wir sind hier safe. Ne, du musst zu uns kommen, ja. Ja, ich hab neul Schuss zu meine Spitfire. Das hab ich wieder wissen. Ich seh keinen hier mehr. Ich seh keinen hier mehr. Ja, ich seh keinen hier mehr so. Ich geh die Nummer 50 weit in dem Abend. Wir sind Top 6. Könnte ne gute Runde werden. Das mach ich jetzt richtig aggressiv, das wär so ein Freakle. Mann! 2 kills. 2 kills. 2 kills, 6. Ich hab 2 kills, 700 damage. Vor uns, vor uns. Kommt ihr? Was ist das für ne Waffe eigentlich? Äh, hört sich an wie Hammerpunkte oder so. Oh! Fass auch noch mehr gefallen. Komm einmal hier drüber zeigen und... Oh! Oh! Hier wurde jemand gerast. Der ist safe. Der ist... Der ist safe wahrscheinlich. Ich will ihn peff töten irgendwie. Ich hab so'n Hass jetzt auch auf dem. Ey, kannst du dein Jump Head mache? Mache? Ja, kannst du hier machen? Gebeamt? Du bist eigentlich schnell schnell zu. Warum bist du nicht vorgegangen? Schnell, 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 schnell. Werf weit. Nice. Die werden gefeit von oben. Oh, die werden nochmal gefeiert, Mati. Gut, 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 gut. 3 kills. Ja! Abgestaubt! Nice! Ja! Tracked! Blow! Dead! Oh, so gebeamt. Wett raus. Komm. Mit Jump Tower würd ich gehen. Was macht der, du da? Der, der voll ist. Der, der voll ist. Er ist One-Shot. Er ist legit one. Ich werde ihn mir so holen jetzt. Ich bin mit Jump Tower. Ich bin dann direkt da. Er hat nochmal das Damage. Ey, der ist so One-Shot, Mann. Wo ist der? Hier hinten. Da in die Richtung, wo Ben rennt. Der ist so One-Shot. Er ist hinter dieser Wand. Er ist hinter dieser Wand. Also es geht nicht mehr. Unten, unten, unten. Na, wo resten die jetzt? Ben, da! Da! Da, oben. Lasst er hingehen. Hey, Bruder. Hier war doch einer. Wo ist er hin? Ne, ich zum zweiten Mal nach vorne kommt. Schlage ich meinen Monitor. Ey, ich hab meine Kills nicht bekommen, Mann. Wir müssen zurück finishen. Wir müssen trotzdem auf den Finish gehen. Die sind hier vorne irgendwo gewesen. Irgendwo müssen die rumliegen. Verzecke. Ich hab nicht ein... Oh, da kommt einer. Da, da, da. Hab einen Kill bekommen. Okay. Ich glaub... Ich glaub... Ja, ne? Oben! Die laufen oben! Oben! Ja, okay. Wir gehen hoch. Hier ist Goldhelm. Johnny. Also du willst hoch, ne? Ja, oder? Ich weiß nicht. Was willst du denn? Ja, wir müssen hoch. Die chillen da! Die chillen da! Oh ja! Er ist nicht! Mütisch auch! Oh mein Gott! Was? Hey! Rappert! Rappert on me! On me! Rappert mit unendlichem Magazin, Digga! Nervt mich doch nicht. Ich hab einen gelockt. LOL! Okay. Er hat Rest. Er hat Rest. Als Ob, Digga. Ich dachte, die laufen einfach rum und sind übel slow an. So nach deiner Beschreibung. Ja, wir sind nicht mal Top 3 oder was? Scheiße. Wir haben aber 6 Killz. Ja, ich versuch auf Top 3 zu campen. Ich versuch auf Top 3 zu campen. Wie viele Killz hast du, Ben? 3. Und mehr als 1000 Damage, glaub ich. Ich hab 3 und 900 Damage. Ja, ja. Ich seh's. Ich hab 1000 Damage. Echt? Ja. Wenn ich noch ein bisschen Damage mach, könnten das 3 Punkte werden pro Damage. Ah, shut up, Adam. Emil, du wirst nicht wissen, was er geschrieben hat, Alter. Was hat er geschrieben, der kleine Hund? Was hat er geschrieben? Finally, you're pushing teams better than camping all game in the building. Ja, hat man ja gesehen, wie gut's war. Shut the fuck up. Also er geht mir jetzt so auf den Kick. Auf den Kick? Nein, Leute, wir können doch noch Freunde sein. Halt's Maul. Halt's Maul. Der Junge kann nichts spielen. Halt's du dein Maul. Weil er der Beste ist. Gib uns Tipps. Ja, ja. Ja, ja. Hm, pushin. Super. Komm, komm. Ich lass sie die Ehre hinzubauen. Was war ich? Ich bann ihn weg. Ich bann ihn weg. Die Hälschlag die Hater reden. Nicht, lass die Hater weg. Wollte mal eine Runde richtig auch im Sieb gehen damit. Ja, ja. Ja, ja. Wie es wird. Was meinst du mit richtig offensiv, Digga? So wie er es beschreibt, sollen wir irgendwo reingehen und dann direkt sterben. So wie er es die ganze Zeit will. Ja. Er checkt wohl nicht die Regeln, Digga. Das macht ihn richtig an, wenn wir sterben, Alter. Deswegen will er das wie so oft sterben. Seid leise. Redet nicht so mit ihm. Das ist immer noch mal klar. Redet nicht mit ihm. Ich rede über ihn. Sie redet ihr über uns? Nein, das ist ja wirklich nicht. Ja, er sagt halt nur die Wahrheit. Halt, Mau. Du kannst dich vielleicht aus dem Team verpissen, Digga. Nächstes Mal melden wir Ace an und fertig. So einfach ist das. Ace hat keine Freunde, die uns beleidigen. Ace hat keine Freunde, ja. Perfekt. Ja, das ist doch noch traurig. Noch traurig. Du hast kein deutsches, noch trauriger. Noch trauriger. Schieß die doch nicht an. Ich habe mich geschossen, aber bist du behindert. Du aimst aber auf die. Das ist ja eigentlich kein Rave, das passt. Steps. Einfach still. Einfach still. Einfach so Papi, die einfach Baba waren. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Oh, East Nose go. Halt die Schnauze. 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 Der Historie. Halt die Schnauze. Er kann da bleiben, natürlich. Aber er kann auch weiter gehen. Mit der Sip planе kann er auch fahren. East Nose go second round after one million years. Ja, Digga, da hab ich das erste Mal wieder geschockt, das war meine zweite Runde. Live-Stream von Oregon-Vend. Oh, keine Ahnung. Ich hab so viele Live-Stream. Ist das vielleicht doch von unserer Base? Das ist, ähm, Arena, glaube ich. MTS. Ja. Ah, da ist von unserer. Ich weiß nicht, mit wem ich da gezockt hab, ich glaub Cam oder Slap, nicht mit dir. Oder einem ganz anderen, keine Ahnung, mit wem ich da gezockt hab. Du hast mit mir auf jeden Fall gespielt. Ne, in dem Art Live-Streamer nicht. Ja, aller-ichter Jerome. Mit Jerome? Oh, Balli. Brothers-Bortnite-Montage, oh mein Gott. Oh, das ist von meinem Bruder, der hat ein bisschen auf meinem Account gespielt. Die erste ist von mir und die zweite ist von meinem Bruder. Ne, die ist glaub ich von mir, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, ich hol noch ein bisschen damage für uns. Der hat mein Bruder gecuttet. Mal so. Mit fucking... Mit fucking PS4, Alter. Was ist das denn für eine Scheiß-Montage? Mit PS4 hat der's gecuttet, easy. Damals hatten wir noch kein Schnittprogramm, Alter. Du hast nicht mal eine Montage und du hast nicht mal Fortnite gespielt. Du bist einfach scheiße. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Wir haben eine Million Euro Earnings, klar. E-sportspieler. 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 körper zu trainieren aber ich will noch nicht mit gewichten trainieren solltest dein verfickten gehirn trainieren du solltest dein verfickten gehirn trainieren zu reden wie er ich will das ist ein bisschen zu machen damit ich bis hinweg flexi kann in der schule mit deinem fucking hat gefragt arm und beinigert ja deshalb will ich ja trainieren oh Liron ruft mich an Hallo mute dich einfach ich will muss hören Liron nein Digger mein Ohr an ach scheiße man schon wieder ausgewogen kann ich einfach eins kurz links 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 oder einer genossen drei jahre let's go 3 at least something top 3 beim e-mail hol doch alle zwei sports auch die feinden sogar die letzten zwei wenn du wohnen mit in dem dann vom liebischen 10x und dann kriegst du die Hälfte von meinem von meinem von meinem ne die Hälfte von Johnnys 400.000 er hat sich gesehen. Was von mir? Was hab ich denn gesagt? Ey, wie machen wir jetzt eigentlich mit dem Geld? Ja, welches Geld ist die Frage? Ja, wir werden nicht gewinnen, also. Doch, Emil holt jetzt noch 20 Geld. Ja, könnte möglich sein. Ich hab kein Geld. Sven hat auch 3 Geld, oder? Ich hab 3 Geld, ja. 6 3 Und nochmal Top 2 Und 3 Und du, wie viel Geld hast du? 0, aber 1000 Damage 1000 Damage So schön Und ihr habt den einen Kalb einer gehen lassen Jewe die aber die... Was für gehen lassen, Alter? Wir waren dann wieder bei den alten, und du hast die Chance nicht ergriffen, ihn zu töten Ja, und Infarkt Und dafür hat er gerest, und dafür hab ich noch KP bekommen Also, was willst du? Das ist auch ne Red, das ist auch ne Red, so wie Emil Ne, ich glaub nicht Ne, ich glaub nicht Ne, ich glaub nicht Red halten zusammen Red halten zusammen Nur die eine Welt Nur die eine Welt Hat die wenigste Schild Hast du doch Ja Zweieinhalb Balken Nein Zum Recharging Hast du doch, zweieinhalb Balken Ich will an deiner Stelle am Gras Ich will an deiner Stelle am Gras Und dann so hart zu gewinnen Zu gut Digga, wenn du die Tür noch einmal aufholst Wie gesagt, fahre ich ihn doppelt und dreifach weg Der will, dass du pushst Geh pushen Geh mir so am Arsch vorbei, was der will Mann, er hat das geschrieben Soll er spielen? Wenn einer genockt ist, geh direkt pushen Hallo Adam Ich hoffe nicht pushen How are you today? Ist einer genockt? Stand! Wir können dir Tipps geben, ist einer genockt worden? Nein! Nein! Das siehst du doch, wenn's gut aufnimmt Feind doch! Oh, er ist genau da Soll ich dir was sagen? Er ist genau da Okay, let's Oh, ne Oh, ne Oh, Idiot Warum macht er das? Warum macht er das? Nicht Macht Vertrauen Nicht Mache Oh, oh, oh Egal scheiße Egal Emil Halte die Schlaufe mit 1.000 Oh, ich hab genau 1.000 Damage WTF Hä, als ob ich dich topf Sonst nicht mehr topf Das kann dich sogar im Kopf Ey, mich schnell zusammenrechen Ach, Emil ist gelieft, Digga Robin? Er ist zusammenrechen Ja Weil Emil so ein Ehrenloser ist Komm bitte Er lieft einfach, Digga Frech Wart kurz Okay, jetzt sag Warte 2.000 Oh fuck, nein Was war da, was war da Sag, mach schnell Ich weiß nicht Mach schnell, jetzt, 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 jetzt Äh, plus Äh, 1 1 0 7 2.800 9 2 8 9 6 2 8 9 6 2 8 9 6 Okay Eigentlich viel zu lange gedauert, die Runde, Digga Ich glaub, als wir noch kurze Runden hatten, äh, haben wir mehr Plus gemacht, so im Prinzip Ich hab weg mit der Arbeit gemacht, ich geh kurz auf den Klo Ich geh kurz auf den Klo Nein, gehst du nicht Okay, ich guck mal, welch gleich wir sind Ey, wir sind ziemlich Hey, wie weit sind wir denn? Mhm Wir sind Platz 34 immer noch Oh fuck Ben, wie viele Punkte brauchen wir, bis wir Bis was, bis Bis wir das nächste Team überholen Ähm Nicht viele Wirklich gar nicht viele sogar Äh, wir haben jetzt 73 Und die nächsten haben 78 Jungs, ich hab Backpack-Arbeit übrigens erledigt auf dem Lackstring Ey, du hast mich jetzt nicht wirklich weggewandt, oder? Für 300 Sekunden? Äh, ja, 300 Sekunden Der Arme, du hast all seine Nachrichten gelöscht, man Fick dich Ich mach dich Nutzer vorübergehend Was steht da hier? Wir sind 32 Was, 32? Ich dachte, ich bin 32 Ne, 32 Ein, 32 Ein, 32 im Prinzip, weil ein Platz wird ab Oh, klingst du, ne, feine, die 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 feine. Ey, du hast was ge- Warum hast du auch keine? Egal Ein Fehler, den wir uns eigentlich nicht erlauben müssen Wenn die gehen mag, wir machen, wir machen drei kills und wenn wir dann schwärben, ist es halt so Ja Ja Wir werden doch gar nicht da Wenn wir keine Dreckswaffen finden, werden wir sicher Und wir landen und fischen dann gleich Ja, aber kein Team verblicken Die neben uns Wo, neben uns? Was ist neben uns? Kein kill Okay, wir gehen die dann aber direkt fuschen, ja? Können wir die direkt fuschen gehen? Ja Also, gleich irgendwie low dahin Wir looten den ganzen Markt ganz schnell Ne, ne, ne Selber Emi Emi ist so frech Emi ist so frech Emi ist so frech Mach erstmal selber jetzt und geh nicht jetzt wieder rein Was? Sag, du machst grad Farad von der Fabian Ja, ich hab die auf Oh, die Chance Ja, ich hab geil Oder ich weiß nicht, vielleicht sind die auch beim Raw-Shift genannt Ein von den beiden Vielleicht ja oder nein Weiß nicht, die sind ja Es wär so einfach Es leckt Nein, tut's nicht Mir schon Nein, tut's nicht Ah ne, ich bin auch dran Was für Ahne? Was gibt's seine Mutter jetzt? Ahne Er sagt Ahne Er sagt Ahne Er sagt Ahne Man, ja, ich kann nicht Aber wir brauchen noch Highlights So, wascji Wash Wenn wir Clips machen, ich weiß auch ... L struct Ganz vergessen Ich werd kein Fortnite heute spiel, dadurch nicht anstecken Wollt ihr einfach ruhig sein? Es sind für 1000 Damage ja ok was wollen wir nachdenken oder was wollen wir nachdenken oder was wollen wir nachdenken oder was wollen wir nachdenken Apex mit Adam die kommen die kommen mann ja warte on me on me on me Ben was Ben nix Ben, gib schon Ben da ist der Dome oh nice Granate der ist unten 57 Blue Johnny Digger nice da kommt ihr, da kommt ihr, der ist hier crack noch, einer noch Ray is low, ich verfolge sie Mama nice, good job, Junge ich liebe eure Mitter danke, dass wir sie geboren haben, diese Kinder boah alter wir haben diesen Win ganz sicher nicht ganz sicher nicht, Junge hallo hi hallo bitte da we are right there, aren't you hallo es ist auf Quatsch zu reden es ist auf Quatsch zu reden es ist auf Quatsch zu reden im Match niemand aus seiner Tasse, einfach Quatsch du dumm du bist so dumm oh Ben Digga, er kommt einfach rein ich geb ihm stuck ja, also das hat schon ein Dreier geslagt ja, und ich hab halt alles so gelagert einfach so und du hast ihn geblockt, das war auch sehr ich hab null damage gemacht danke, vielen Dank für deinen ja, ich brauch auch einen Digga guck du hast nen epischen ja was für ne Waffe hast du? du bist ein Bich ne, Idiot Idiot, gib mal her wir haben ne Eva eh das geht mir selber du bist zu lüge, Eva ey, Emil, du sollst das nicht nein, musst du nicht, Emil nein, musst du nicht, Emil der findet auch ne Mestiff ohne, äh nicht beleidigen, Emil so geben wir Dresspunkt I imagine ey, ich hätte nicht mehr mit euch gespielt hä, hä wär's nicht prünktlich komm, hätten wir nie wieder mit dir gespielt werden ja, also so rum ja da bin ich auf 5.2.5 ganz knapp epischer Rucksack was für 10 Minuten mann, ich krieg nen epischen Rucksack ja, 10 Minuten davor ich krieg nen epischen Rucksack ich krieg nen epischen Rucksack habt ihr gehört ja, das ist so Digga, dass das scheiße ist ja, ich brauch nen gute Rucksack ja, ich brauch nen gute Rucksack brauchst du nicht ich hab kein Bolz und ich werd sterben neuer wie graue Bolz und so du bist so du bist gar nichts du bist tot du bist dumm du bist tot jetzt nicht schau mal ähm, ich würd sagen LTE wir pushen jetzt gegen oder wie du musst lass uns nicht sterben ne, wir pushen jetzt gegen uns wir pushen jetzt gegen uns ich weiß nicht, ob das so viel bringt wenn wir jetzt hier rumchillen tut's nicht, deswegen pushen Scheißidee von dir Robin dass wir hier bleiben sollen Scheißidee krass die Scheiße schau mal, das meinte ich das war voll gut so, so krasse Woll Digga hä? bist du dumm? was meinst du? halt meine Tastik was meinst du? Crouchsbam 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 meint der? ist ja nicht so, dass ich ihm das vor nem halben Jahr schon gezeigt hab und er gesagt hat Niii ja, nee, sieht behindert aus was kann doch ein Crouchsbam bist du dumm? ja, aber mit springen mit springen mit springen doch ich bin gesprungen ich bin gesprungen ich bin gesprungen ich bin gesprungen meine Graver meine Graver meine Graver meine ah, oh wach ich find's so geil, eh? ich nenn das ich nenn das Herr, was denn? Rache, halt's im Maul, Junge ich hab kein Short Gun Bolt hier ich hab kein Short Gun Bolt hier äh, 9000, ne ne? das ist ja eigentlich das ist ne morgen kommt das Milch Recaller ich glaub ich hol's mir einfach aus Prinzip weil ich so rich bin ich hab das Gelbe in Gelb was ist denn Mirage? krieg ich die? so ne richtig hässliches Recaller äh, komm morgen in den Shop von Mirage und ich hab den Skin dafür von daher hol ich mir das Recaller aber das ist richtig hässlich der eine hat grad grad zwei Leute genommen kann man sich eigentlich ähm, Skin anders kaufen auch mit Münzen? was meinst du? mit, meinst du mit Apels Freunden? ja oder meinst du mit Levin? ja, du kannst, du musst halt den Battle Pass kaufen oh, da wurde jemand gerestet hiervon, ne? ich glaub das war, oder es war weiterhin ich bin mir nicht sicher das war weiterhin, glaub ich ihr seid, ihr seid ein bisschen weit entfernt Leute wir gehen fern nein, du bist weit entfernt wir sind zusammen und du bist weit entfernt ja, aber du bist auch auf Fane das ist nicht schwer ich bin Rave du dummes Kind ja, zeig und hättest du halt die Schnauze? warum hättest du nicht die Schnauze? dummes Kind der Champion ist gar nichts wir hatten gestern 46.000 Kill Champion ja, und der hat dich gekleppt ja, mit dem haben wir 1v1 in Top 2 gemacht ja, der hat uns so unterstört, Bruder naja, ich hab nicht gewusst ich dachte, das wären zwei Scores E-Mil sagt ein ganzes, rechts, rechts ich denk so links oh eey Digga Rave warnt mich hier oh E-Mil Rave warnt mich hier vor, Jungen Golen Helm, nicht her komm Jungs komm 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 Attacke Attacke Kinders E-Mil braucht Golen Helm ok, komm 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 holen us oh shit, ist ein ganzes God der euch frischen kommt oh what ich muss rennen Arm auf Wie ist das für Kaffa, Burde? Ey, ich hätte den Portal gemacht Komm her, ich mach den Portal Mann, f*** mich, f*** mich, f*** mich einfach Mann, das Portal ist auch noch scheiße, Alter Warum rennt du auch weiter weg? Wird auch sehen Ja Ich muss heal, Digga Ich halte die doch Ich halte die an, oder? Ich dachte, das ist sehr los Oh my god Crack! 190 Ich fählschrifte Weg, weg, weg Weg, 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 geh runter Ihr könnt die von der Wand abschießen Wir nehmen die, du einfach Komm, Digga Oh my god Und jetzt holt meine Karte Ihr könnt sie abschießen, bin ich Ey, ich mischrenschen lassen Halt die Tor, halt die Tor Halt die Tor Ich bin, ich sind auf die 3 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin Ja, was soll ich machen gegen 5 Leute auf einmal wir haben trotzdem drei kills egal gute runde gute runde weiter wir sind top 6 warte wie viel damage wie viel damage ja nicht mal 1000 egal trotzdem jeder damage zählt das ist allgemein damage zählt am ende ja ich mann ehemal der wichser lief die ganze kannst du schnell zusammenrechnen ich höre dich grad nicht ich mach grad screen shoot jetzt sagt sag an alter was ich hör nicht wegen dem fall was 127 weiter du musst es selber mal ausrichten ganz ehrlich du kannst nicht mal lieb ja ich habe vergessen nicht noch mal vergessen ich habe mir noch wie gesagt haben wir noch mit 30 minuten ich habe den taschenrecher jetzt offen 30 minuten noch 30 minuten wir sind platz 34 wir sind platz 33 oder so glaube ich ja platz 32 kommt hin ein punkt noch an sind oder zwei punkte noch dann sind wir so höher dann sind wir class 30 wir haben 77 punkte der erste 342 das war alle drei hundert wort das platz wird es egal ob ich vorhin man hat das ist es gar nicht sich kann sie sind sechs mal erfreien nein ehemal die spielen dieses spiel seit diesem 1 ok die spiel fangen um 12 Uhr vielleicht an und spielen bis 0 Uhr morgens jeden einzelnen Tag ok dann wunderst du dich noch warum die so gut sind also noch immer geht sein es war ja ich wollte ich wollte auch da land dann wolltest du nicht warum möchtest du schon wieder ok ey ich hasse dich jetzt sehr wollen wir nein 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 das ist doch kein Video wenn es so gut ist warum hast du einfach nicht gewonnen ja ist so wenn es so gut ist ja für mich so gut und er ist so alter wenn muss alles noch nicht schweizt ja wenn ich als wir in der Falle locker so viele Siege holen ich mache es halt einfach mit Absicht in mir das fackt ab ich mache alles mit Absicht, Digga, ich mache alles mit Absicht. Bist du dumm, du hast gerade gesagt, auch dahin ist gut. Holst du jetzt? Holst du? Get fucked, bitch. Äh, I mean, I'm sorry, I'm not, I'm not, um. Ben, did I hear just here that, you say, get locked? Ja, ja. You just said, yeah, good luck. Good luck. I think your stream was just lagging out. Ja, ja. Sack, boy. Sack, boy. Ja, Ben, rennt gleich in 3 Gegner rein. Ja, ich hab 3 Wurf, Wurf Sterne. Wider Schilder drauf. Wurf Sterne, Johnny. Genau da. Episch obtained, almost tracked. Der andere ist auch episch. Ich mach die Zug. Die sind alle episch. Die fighten. Ja, sie fighten von uns. Okay, komm. Nein. Ah, nee, die fight. Push him, push him, push him, push him. Ja, los. Ding ist gestorben. Oder nee. Aua. Auch der liegt noch, auch der liegt noch. One shot. Mann, kein Ball. Ich hasse. Oh, oh. Boah, das ist so. In another squad, in another squad. Alles gut. In another squad. Oh mein Gott. Ich bin ganz gut track. Ich bin ganz gut track. Ich bin ganz gut track. Ich habe den Top-Up. Reloading. Okay. Die Kiepiken. Oh, das war's. Könnt ihr mich cover? Geht mich healen. Ja. Haha, ich habe die Headshot gegeben mit der Granate, dass ich sehen, er ist auf seinen Nacken. Nein, es sind Nails. Boah. Habt ihr Granaten? Nein, keine mehr. Oh, ich habe jetzt ein Gold, endlich. Wenn ich mir Cover gibt, ich mache hier einen Schieß- Was, was? Och, Emil. Du Idiot. Wenn die jetzt pushen, komm Emil, ich bin nie wieder mit. Oh. Jetzt hat er gescannt, jetzt weiß er nur noch zwei. Ja, fuck, man. Emil. Wollen wir das Portal? Ich habe ein Sheethoop dahinten gedoppt. Hier, hier, Sheethoop. Wo? Egal, lass den pushen, komm. Wir werden die so weglasern. Hast du noch eine Bubble? Wann hast du denn der nächste Bubble? Äh, jetzt habe ich die. Okay, wir können dann indoor Masterfight machen. Ich habe auch ein Masterfight. Im Masterquench. Mach Bubble. 70. Leitendung. Einmal einen Funktionsenkund. Leitendung. Einmal einen? Das ist der erste Endung. 1 Sale evtl. Die rennen und deren Leben. Ah, jetzt rennen wir nicht. Jawohl. Ich liebe sie sowieso. Jungs, wollt ihr rennen? Okay. Ihr wollt verfolgen? Gut. Oh mein Gott, ich liebe die so sehr in Action, Junge, das macht so Spaß, weil die hat halt gar nicht gewusst, was die machen soll. Oh, oh, die rennen, Digga, er rennt so sehr. Oktain weiterverfolgt. Du bist... Wie kann es sein, dass Ben schneller... Wie kann es sein, dass Ben schneller ist, als du und du spielst sogar Oktain? Ey, Oktain weiterverfolgt. Wie kann es sein, dass Ben schneller ist, als du und du spielst sogar Oktain? Ey, Oktain weiterverfolgt. Nice. Nice. Ach, Junge, das war also... Ich liebe Gibi, Digga, danke, Gibi. Ach, Gibi, hat so Spaß gemacht. Dankeschön, Johnny, danke. Ja, ich bin so gut, ich weiß. Mein Plan, deine Umsetzung, easy. Ja. Oh, wo... Aber Benz... Adams Plan ist noch besser. Ich fahre ein. Johnny fang gar nicht erst mit ihm an. Och, er ist besser. Ich muss einfach so gehen. Können wir die jetzt noch mal looten gehen? Besser als du, ja. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich bin besser als du. Du bist nicht besser als ich. Du bist nicht besser als du. Du bist nicht besser als du. Dann könnt ihr halt one-for-one machen gleich. Wir haben dann noch. Ja, auch bis wir könnten... Wenn nicht, ich werde streamen. Ich werde streamen. Ich werde streamen. Ich werde streamen. Dann ist stets ein für alle mal fest. Ja. Und dann werden wir es später angucken in so einem Jahr, und sehen High-Qualty Content. Wie schlecht ihr da noch wart. Ja, aber der Fettzack spielt Gibi und dann hab ich verloren wahrscheinlich. Weil Gibi einfach fucking 50 extra AP hat. Ja, hat nix damit zu tun. Was hat nix damit zu tun? Sohn kommt mit Portal! Ja, hast recht. Portal! Ja, Rektor Schrapp, mei. Rektor Schrapp. Ja, was hat das denn? Warum sagst du? Das hat nix damit zu tun. Ja, 50 extra AP. Das hat nix damit zu tun. Ah! Der Arm und Adam. Guckt der noch zu? Adam? Are you still here, Adam? Adam? 50 extra AP plus den ähm... I'm sorry, if you're still here, I'm sorry for Emil. If he blocked you. For 300 seconds. Was sind 300 Sekunden, digga? Äh, keine Ahnung. Eine halbe Minute? Hahaha. Ich hoffe, du hast das nicht ernst gemeint. Nein, 5 Minuten. Ich hoffe, du hast das nicht ernst gemeint, Digga. Doch, meinte ich. Hast du ein Problem damit? Ja. 30 durch 6, ja, das sind 5 Minuten. Nein. Ja, schau. Na ja, ich bin schuldig. Ich hab's gesagt und du hast ihn copied. Du hast erst halbe Minute. Doch, das ist leider so eingefallen. Ey, wir sind einfach noch Top 5 und noch keiner von uns ist gestorben. Ja, ja. Wunder. Wir haben alle mit Kini-Bubble-Tops genimmt. Habt ihr alle Mestive? Ja. Ne, ich hab keine Mestive. Ja, halt mal. Ich hab ne Eva-Aid, aber da ist eine. Digga, wir gewinnen jeden Bubble-Fight. Ja. Und berate mal bei der Useless 13 diese Match. Emil, genau. Warte mal wer sonst sein ganz lebender Useless 13 war, Johnny, genau. Emil, genau. Ja, ja, ja. Zu spät. Alles gut, Emil. Alles gut. Ist ja nicht so slumpy. Hey, ne, warte. Du hast ihn ausgeblendet. Was hast du? Für immer aber. Was? Du hast ihn doch ausgeblendet. Warte ich, ich leuchte ihn auch aus. Ich wusste nicht, was das ist. Da steht Adam, äh, Adam Basha wurde von Pokémon Emil, Pokémon Emil, äh, blockiert. Äh, ne, ausgeblendet. Pokémon Emil, mhm. Ja, aber hey. Emil, warum hast du zweimal Pokémon Emil, Alter? What the fuck was los ist? Ich weiß es nicht. Meine E-Mail heißt, oh, dann Haus, äh, da. Du hast Vor- und Nachname wahrscheinlich dann. Unsere E-Mail heißt eigentlich nur Ponymon Emil. Warum zum Krieg heißt nicht Softe Pokémon Emil? Also, weil du musst ja dein YouTube-Konto nochmal selber erstellen. Keine Ahnung, irgendwas hab ich da erstellt. Ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Oh, ist gut, ich sehe nicht. Ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Er geht ins Unterhaus dort. Alter, alle die mir zugucken, Alter sind jetzt so sauer. Vor allem Adam, Alter. Einfach nur, ähm, warte mal. Einfach nur, ähm, hä, wie kann ich denn? Ah, jetzt hab ich ihn wieder einge... Okay. Adam, Adam, Adam. Was machst du da hin, Liga? Robin. Was? Was für ein Jump-Pet, Junge? Ach, scheiße, Mann. Emil, ich hasse dich und bin schwer dafür. Ehe ist, Alter. Halt die Schnauze. Jetzt run die Ehe. Emil, jetzt oder nie? Und mir ist jemand. Ja, und mir auch. Alles gut. Du könntest resen. Der kommt ja nicht zu dir, Emil, weißt du? Er kommt zu mir. Ja. Wusste ich auch. Oder auch nicht. Ich, ich weiß es. Ich mach 300 IQ. On me, on me, on me. Wenn du zu mir kommst, wär's 300 IQ. Oh, oh. Ich nehm Phönix. Bitte. Kinder. Jungs. Ich hab die bisschen abgeleckt. Schwinnabend. Na, reingegangen und direkt wieder raus. Bitteschön, Ben. So, now, Adam, can you, can you try to write something again? Into it? I'm sorry, I just banned Shippen. Dann hol ihn wieder. Wenn du ihn aus dem Fenster geschwissen hast, dann geh raus zum Ninja. Adam, I'm sorry, I just banned any button. I can see. Idiot. Hab ich wirklich. Wir können von hinten. Was? Mach. Die schießen aber nicht auf uns. Komm. Ja, mach das. Geh. Geh aufs Haus, was. Nein, 50 auch. Ähm. No. Nope. Ja. Was ist denn jetzt? Keine Ahnung, was muss. 10 seconds, right next door. Easy. Enemy taken out. Need you recharge machines. Eben noch welche, oder jemand hat Selfriss. ich bin wieder da ah schön gemacht wir haben alle äh keine ahnung ich hab nur 6 kills jetzt wie viele kills hast du irgendwie? ich hab einen ich hab grad auf irgendeinem Grund Kills gemacht aber ich weiß nicht wie ich hab die nicht mal genockt glaube ich vielleicht mit der Nate ich glaub ich hab einen mit der Nate auch wenn harte einer von den Felt ist oder lebt doch jemand? äh hast du die Lover gefinisht? nee lebt die Lover nicht jemand durch Bunker? ja ja oder wenn er welche sind sind wir tot so muss vielleicht nicht tot doch wenn wir auf dem Low Run Team fighten wir können da hoch wir können da hoch ok ja ja alter wie einfach mit dem Fight-Mars-Controller ausgesagt du warst nicht im Fight ja ok wie immerhin warst du safe Ben und ich haben kurz alle gekleppt da Ben hat kurz alle gekleppt da ja das wollte ich schon ich hab dich distracted Ben du musst dich nicht oh ich hab's durch die Dings gesehen schon ich hab's einfach klar durch gesehen ich auch ich auch ich hab's auch da ist der Typ ich weiß glaub ich muss oh ich crabe die jetzt so weg alle alle rein da oh Perfeiner zipline crabe headshot ok was da läuft der ja close aber nicht das war ziemlich close das hab ich von je gesehen da unten Top 3 gibt's nochmal Placement wir gehen da wenn wir Top 1 schaffen ist es so ne gute Runde ein Win ja ich hab 6 kills junge wie viel habt ihr so und dann überlegt mal noch ich hab 800 damage und 6 kills und dann überlegt mal noch mal die letzte wenn wir die letzten 2 teams kriegt ja wenn wir einen Win holen wäre das nochmal premium dann wären wir richtig hoch heute aber es darf halt nicht los lang dauern am besten ich bin ich will eigentlich nur so Top 15 und was kommen Top 15 wär schon sehr nice Top 20 wär auch sehr sehr nice ich mein das ist unser erstes Tournament ja ja ist ja wirklich stimmt wir wussten nicht wie man am Anfang spielte war das schon mal ein Fortnite-Tournament ja halt's den Maul wir reden grad nicht immer bezieht nur mal Fortnite ich war einfach World Cup ich war einfach World Cup ja er saß neben Ninja ich hab dich gesehen der Ninja hat ja gar nicht mitspielt nein ich darf dem Typ na ich darf neben diesem Tifu Typ Tifu er sagt immer noch Tifu als ob es so ein fucking Chineser wär Tifu wow ich dachte erst wo ich in den Spielern und ich tannte dachte ich es wäre ein Hurricane tanze hhhhhhhhhh hhhhhhhhhh was? hört sich doch an hier Hurricane ja klar ja so wie das ausspricht wika warum.. wo sind die denn alle? jaha Bob oh hier genau auf der anderen Seite closed ja boah alter oh ok das war der größte Scheißnall hier rast jemand den da ist halt jemand rast das ist das andere Squad zu hinter der andere Squad zu hinter der andere Squad zu hinter der andere Squad zu hinter imil kommt weg oder so imil kommt weg oder so imil imil oh was oh was on me on me scheiß ich bin nicht ich bordele dich imil imil ja einer die sind alle low alle low alle qurecks komm rein komm rein komm rein ja zon 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 ist dritte dritte die macht schon ein bisschen damage ich geh sofort 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 ich geh jetzt wubble Ich kann nichts anderes machen. Jungs, einer von denen ist not on me's pep. On me's pep. Ich kann mal. Er geht in den Portal. Er ist in den Portal. Er ist in den Portal. Nein. Der andere ist fucking scheiß Gott. Hier ist einer cracked. PEF low 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 PEF one shot. Legit one shot. PEF ist legit nice. Achso der andere hat den. Oh da kommt noch ein Squad. Das ist der andere Squad. Das ist der letzte Squad. Scheiße. Er kommt, er kommt. Er ist jetzt über die Mauer. Jetzt. Ah, schade. Ja, egal. Der zweite ist gut. Ja. Der PEF war gut, der PEF war gut. Die waren sogar noch da hinten. Die Life habe ich noch genockt. Ja, ich hab PEF noch sehr low. Boah, das war eine 21k Kill. Ah, scheiße. Das hätten wir richtig gut noch mal. I'm sorry. Ok, schnell zusammenziehen. Jo. Ich mach screenshot. Ah ja. 50 plus. Oh Gott, Junge. Der Dings hat wieder reingeschrieben. Rat mal was, Alter. Scheiße. Wie viel Sack damage jetzt schnell? 2294. Danke. Okay. Guck in Chat. Guck in Chat. Guck in Chat bitte. Guck in Chat. Guck. Guck in Chat. Guck in Chat. Guck in Chat. schönen Guck in Chat. kürz ey wir sind in den top 30% ich bin zufrieden damit ja das echt von von 81 teams sind wir einfach bei dem Platz keine Ahnung 33 oder höher sogar glaube ich keine Ahnung von 81 ja war es nicht heute noch 25 teams ja keine Ahnung wie viele sind es jetzt 81 also auf der Website haben sich glaube ich weniger gemeldet als es gab zwei forums und ich habe beide auf mich auf beiden angemeldet aber keine Ahnung das müssen wir nur einmal da bei der die 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 Wir suchen die Insta-Skill und ich gehe jetzt hier on-the-watches, on-the-play-watches. Sind die auch anders gelandet, die, ne? Ne, die sind nicht. Almost cracked. Hat ein William-Man-Schloss abgekommen. Okay. Ref, almost cracked. Wollen wir die pushen gehen? Ich gehe jetzt da. Wo? Ah ja, da, nice. Okay, ich gehe, ich gehe. Warte bitte. Äh, cracked, lifeline. Oh, das ist eine lifeline, ich glaube nicht. Ich, äh, mache mir Doubletritt. Ja. Du trittst, du trittst, du trittst. Ja, das verkackt mit. Crack, crack. Nice. Ich hab alles, äh, ich hab 36. Crack. Ref, crack. Hier, beide, beide, beide. Okay. Okay. Oh, ich wollte ihn wegen dem Revenance machen. Aua. Du hättest dein Gas machen. Ich war silenced. Ich hab mal silenced. Ref. Ah. Ich dachte, ich wär's nicht low, Alter. Ich hab nicht gewusst, wie low ist. Ich dachte, easy, können wir rein pushen. Ich hab nichts mehr ohne. Ich hab nichts mehr aufgemacht. Ach, Mann, Alter. Erroll, was hat er geschrieben? Sagt doch, ich hab das Cam-Out, ich hab das Cam-Out, ich hab das Cam-Out Setz finde ich jetzt auf deinen Stream-Gear Was heißt eigentlich NVM oder hat er irgendwas geschrieben? Nevermind heißt das Was hat er geschrieben? Johnny mach schnell ready, wir wollen noch einmal hotshoppen oder so Ja, was hat er geschrieben? Les es! Geh in Stream Ich frag dich Ich meine, das ist ziemlich wahr, Adam Aber normalerweise würden wir nicht so spielen Ich denke Ich denke wirklich, dass wir auf Wynn gespielt haben Ja, das ist halt wirklich so Das ist das Problem Wir haben eigentlich auf Top 3 Placement und dann halt auf Kills, so im Prinzip, weißt du? Ja Das ist, äh, was anderes Wir haben nicht drei Stunden lang auf Wynn gespielt Am Anfang haben wir gar nicht gewusst, was abgeht Und dann ja Wir haben ein bisschen Wir haben ein bisschen Wir haben ein bisschen Ich weiß, dass wir besser umsetzen, wie wir spielen, so also Aber für das erste Spiel ist das gar nicht mal schlecht Ja Adam, du bist mein beste Spieler Ich bin gegen die Sportler Ich bin gegen die Sportler Ich will jetzt öfter streamen Lass mal danach Warzone streamen Diamond Doppel Diamond Wenn hat man den Warzone gespielt? Ja, dann sollen sie sich jetzt runterladen Ja Ja Fix 100 Gigabyte runterladen Wie viel? 100 Gigabyte 100 Gigabyte Ja Das sind 100 zu viel Man Ey, man Alter Alter, ich hab'n fucking Nozambi Keine andere Waffe On me Bloodhorns everywhere Ich seh's Ich geh zurück Ja, auch nicht Ja, bei dir war's noch Fy quinnit Lass hin Von rechts, Bloodhorns 16 Nochmal 15 Ja, da haben wir andere Wolle Ja, anscheinend Burning, Burning Zwei Stück, beide Beide im Burning Einer Hab ich eigentlich Ich hab beide cracked Beide cracked Da drinnen, beide cracked Abziehen Ah Ich hab zwei Schüsse noch für meine Wolle Ja, ich hab'n hier gerade Johnny Die Heal sich Die pieken da Doch 15 Rüber Ich hab'n hier Ich hab'n hier Ich hab'n hier Ja, ich hab'n hier Ja, ich hab'n hier Alle Energy Ammo Gibt's hier ne Waffe zum zurück Schimf's? Ne, Digger, nix Hier ist doch nur Ben Hier draußen Ja, ich brauch'n hier ne Waffe Warte, 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 zwei Sekunden. Jetzt, mach mal. Hey, hast du schon ne Urgeschaut? Ja, dann nehm ich Yari. Warte, ich komme. Okay, mach mal. Hinter uns waren noch Fights hier, ne? Ja, dahin. Ich öffne noch die Chests, vielleicht krieg ich so ne Waffe. Hey, ich hab keine Leitemo mehr. Da hat jemand anderes die Leitemo genommen, also das ist scheiße, man. Ich nicht. Irgendjemand. Ich hab 16 Bleib-Emmo. Heavy-Emmo. Hat jemand Heavy-Emmo? 42. Ich hab 80 Heavy-Emmo. Kannst du mir 20 shoppen? Ja. Danke. Ich hab mir beide gleich viel. Ja, ne, ich. Ich hab 0 zum Nachleihen. Nee, 2. Ich kann nicht bitte dann Fortnite-Spiel-Spiel-Spiel. Heavy-Emmo hier. Ah, okay. Ah, stimmt. Ey, das dich auch schon. Ja, ne, auf PC. Ja, ne, auf PC. Aber wenn ihr den... Äh, Enemies, Enemies. Da, 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 Digga. Was ist das für einer? Ja, natürlich. 2, oh mein Gott. Das ist gut. Hey, Mann. Ey, mach das. Mach Ult. Oh, oh. Horizon Dead. Horizon Dead. Wichtig. Wichtig. Johnny, deinen holt. Komm, weine hier, weine hier, weine hier. Deinen holt? Ja. Wir haben alles, Jungs. Komm, beide. Oh, du rastest. Ey, ich glaube, ich sie von hinten. Wie von hinten? Ne, von hinten ist nicht fair. Ja, Banglor, Banglor. Banglor, Banglor. Ja, von hinten ist nicht fair. Dumm. Okay. Oh, egal, wie Kills. Äh, ich recht will. Ja, macht kurz ein Schicht. Ich mach trotzdem Screenshot. Nur vier Kills. Vier. Aber, okay, jetzt ansagen. Wie viel? Wir haben sechs Punkte. 1199. Okay, wir haben fünf Kills. Okay, 1199. So, und hochladen. Und hochladen. ja ich würde sagen wir fangen keine Neuron da das wollen wir wollen machen dann weil was 33 ja das ist ok ja die Musik ist ja auch schon lange aus Alter die tollen Musik ja schon besser aber ich hab den Livestream ausgemacht ich Idiot warte kurz in diesem ich muss zu dir helfen Second Place der Erste sonst 8 mal First Place wir welchen Platz ist 30 33 ok ich dachte es ist ein bisschen einfacher ja 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 es ist es ist es ist es ist es ist es 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 ist es 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 ist es 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 ist durchlaufen aber leider auch scheiße eröffnet aber ja ich habe ich habe leider ich habe auch nicht level gemacht also ich habe noch mal ein Apex-back gemacht und weiß nicht was ich bekommen hab weil ich mit dem Match gegangen bin ich habe was gesehen meines Sets das war Fortnite 1v1 halt die Schnauze das hat keiner gefragt und es juckt auch keinen keiner verlust wie Fortnite spielen ok wenn ich dreimal gewinne nein nix wenn du dreimal gewinne wir spielen eh nicht Fortnite mit deinem Gibi kannst du sogar so gewinnen mit 50 XRF und Damage äh die Bauern das gibt sogar schon zu das ist gut das ist doch du kriegst also keine 5 Euro oh ja bei den guter Scheiße ich habe also ich habe meine Mutter mit Geld besorgt jetzt ein wenn ich denke ja ja also nicht du ich auch nie war angeguckt doch in du und ich weiß nicht die er hat schenkt er ist es so ein Scheiß ich bin so schnell jetzt sind sie entdeckt ich bin die Wiese ich bin die Wiese das ist ja ich bin die Wiese ich spiele immer vor Ort Prozent 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 3 ohne mehr in den Worten so weg wollen wir mit Abilities oder ohne? Yes, wir gehen das nur mit ohne also ohne Bubble auch Können wir auch gerne Wappelfalls machen du wirst ja doch nur noch mehr verlieren schau mal ich weiß ja wie Bubble-Falls gehen, du aber nicht ich hab's ja schon geübt wollen wir mal austesten? wir machen ja Bubble-Falls einfach zum Lern, könnt ihr ja auch mal nö, ich will eigentlich ganz normal one-to-one machen dann nutze er das gleichzeit als übung, fertig, hoppa nee, du bist ein win-win ich glaube, wir haben... Adam, I think, I think, I think, I think we lost, because they're that bad mates they always, they always argue with each other, so, yeah aber der Typ jetzt mal mich als schlecht belägen muss, wenn ich einen Fehler mache aber die Schnauze hat aber die war äh, Ben, machst du, ähm, machst du das mit dem... oh, sorry bitte nicht ok, 3 2 1 ok 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 Schau mal, du hast immer mein Schild weggemacht. Du, dick warst Schäf, bis freut dich. Du hast 50 extra P. 50 perfekte extra P. Was für das hat nichts damit zu tun, Johnny. Was für das hat nichts damit zu tun. Du kannst auf mein Kopf ziehen. Ich kann auch Rage spielen, wenn du willst. Wenn du dich damit zufriedenstellst. Mach, ich geh beide, Rave. Du stirbst. 3, 2, 1. Oh, mit Rave fühlt sich das irgendwie so smooth an. Mach mal das in meinem Herzen. Ja, er will nicht pushen, komm. Ich hab, push du doch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ach, ich hab... Schau, du wirst dich gewinnen. Und du hast, guck mal, wer gepusht ist. Ich. Ja. Ja. Mach du mal den ersten Schritt, du nicht dürfst. Ja. Nein. Oh, Mann. Nehm. Mach doch Spaß. Fucking ehrenlos. Das war außer See. Ehrenlos. Ehrenlos, Johnny. Einfach disqualifiziert. Fertig. Mann. Kein Ernst. I'm good to go. Was ist doch die Scheiß-Sohnen? Ja, ja, jetzt bin ich schon wieder total unnötig mit dem Schatz. Oh, ja, der Junge facken, komm wieder auf. Nein, nein, nein. Halt's den Maul nicht mehr. Ich hab eigentlich nie zu sagen, einfach das Maul aufs. Okay, okay, doch ist eh mehr dort nicht. Ich hab die Drohne doch eh nicht. Ich hab ihn gequert. Hör auf. Mann, ehem, ey. Auch den Dosen-Süchtigen zum Husten zu bringen. Ach, ehemel, du wieses Scheißbisch. Es geht los, ehemel, du hast den Antrassen, ich scannen ihn. komponente Stuttgart auseinandergekrabbel der Steuerkonsol ist einfach ein auseinandergeklappter Rubik's Cube Hallo, Dach? Ja, ich bin gespannt der, wirklich deine Steuerkonsol sich auseinandergekrabbel gemacht hat Rubik's Cube was ist eine Steuerkonsol? der bist du behindert? was ist wohl eine Steuerkonsol? ja was ist eine Steuerkonsol? hallo ich schieß doch überhaupt nicht ihr sollt aber schießen Ben hat mich getötet was willst du jetzt? ja ok ich schlag gegen die Felsen mach ein Bell auf! oh, dein Schild hat sich doch gesetzt! so ein Bob, so ein Bob oh genau, das machen wir bei dir! was machst du? so nutzlos, komm doch jetzt einfach normale 1v1s machen Schelle gegeben willst du es weiter normalen 1v1s machen oder? einfach nur weiter auspassen in der hessischen Dissenspekte haben nicht um uns geht gemacht das ist ein Problem so unheilig man, E-Mails! du hast auch Hoffnung, und das ist die Sache! ich kann dich auch locker einfach nur mit dem Feetzer kletzen ja, range natürlich, Digga, bist du dumm! kann auch los, Digga hä, warum schießt du mich ab, Digga? oh, das war eh weg du? oh, du? why can't I just die already? maul can I shut you up? just shut it oh, guck mal, wie ich mit der Repeat auf Nahkampf klappen kann oh oh, ich muss richtig hart putzen, alter ich will mal ganz kurz 1v1 gegen dich mit Revenant Ult machen gegen mich? ja ich will die Waffen ja, ist das so Manni, halt einfach mal die Schnauze, kurz einfach mal die Schnauze, kurz und einfach einen Quick-Wunsch, mach einfach hier, stehe ich hier nicht für mich hin aber du darfst die Revenant Ult nicht nehmen, ja? ja, fach du hast ja nur Whitelife mit der Revenant Ult trotzdem, du hast keine Ahnung 3, 2, 1, so was ist das? was ist das? stand es was ist das? Ich dacht, ich dacht, ich dacht. Eben, ich hab schon gedacht, ich change es, oder? Das Net hat mir auch keinen, ähm, sech. Ich hab never for the right choice. Doch, hat man, bist du dumm? Auf Revenant Gold, nicht mehr. Was schließt du jetzt schon, Bücher? Du nutzlos. Aber ich bin net, guck. Ey, was? Was ist das denn? Was ist das denn? Is heal in Yakles? This time will be different. Jura, was willst du eigentlich? Ich hab nichts mal gemacht. Nächstes mal gemacht? Hab gar nichts gemacht. Ich hab nix mal gemacht. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Let's do this, Bruders. Jetzt auf der richtige Wahl. Willst du auch best? Nee. Was denn? Hier geht's schon. da ich auch gegen die Schwanne bitte hör auf ich mach jetzt Battle Royale alle Gibi Battle Royale weißt du, alle Gibi nix Battle Royale, alle Schwanne und zu dritt Mastiff, only Gibi ich hab nicht viel Emma wäre warum bin ich in der Mitte? ja weil du dahin gegangen bist ja, Idiot Placement ist eine sehr wichtige was für Placement, das ist Position, du Idiot ach Digga, meine Meldung wird wieder 120.000 Schaden weiter, weiter Mann, ich wollte dich boxen boah, das war schon gut, wenn du schild was nicht Digga, ich wollte dich boxen bleib still fuck, Junge meine Messe ist leer, wie gesagt was willst du, Junge thank you I never could remember that here comes your brother was willst du was willst du? Geld gib mir dein Geld gib mir dein Pausenbrot da kommt so ein Gibis auf, Junge ey, du bist so ein nutzloses Kling warum hat sich denn die Mutter gebrannt? Mann, was changest du denn? ja, okay ja, Mann hier schie- ja, Bob ja, Bob ja, Bob ist doch, ist doch ey, Mann, dein Ernst was find ich? das macht mir das lustlose Kling Mann, ich hab dich schlafen ja, weil du mich einfach abschießt ohne Grund du bist du lustlose Kling halt die Schnauze, kleiner Türke du warst nicht rauslos du warst überall los du warst nicht rauslos 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 weißt du was? ja, easy win Jungs beide bad ja aber Emil ist besser lass mal ein Ding einfach komm, mach dein hässliches hässliches verficktes 50 extra P weg okay und spiele anständig wie ihn ja, komm ich bin ne kleine Pussy ja, komm irgendeine jede andere Waffe komm egal was Robin, Adam said you should stop bullying us ok Adam, shut up schau Adam, I love you und jetzt groß ich kippe ihm in der face right in der face ich bin zwei Köpfe gefickt wo ist der Typ? du bist 1,60 ich bin zwei Köpfe kleiner ich bin frag jetzt Adam ich bin ich bin 1, 80 Adam, 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 how tall ist um heute wszyscy den letzten Wochen er haben. eigentlich in turn name und wie alt ist er? ja, wie alt ist Robin und wie alt ist er? gar nichts UH, keiner stops jetzt wieso ist der wo superpower? ich kann nicht wählen weil du mich abschließt weil du mich abschließt Antony, wir machen jetzt einen 1-1 ohne den hässlichen 50 extra AP Ok, Mester Mir scheißegal Ok, Mester Danach machen wir eine andere Waffe, fertig Mester nicht! Lass Sentinen noch dazunehmen Nein Ja, doch Nein, wir nehmen eine Waffe nur Eine Waffe danach und ein anderes zu werden, Sentinen Robin Also Adam sagt, dass er wie deine Cousine, mein Freund Ah Zwei Jahre als Robin, du kleiner verspickter Lügner Hä, aber Hä Dad Adam etwa ist mein Alter Are you sure about Dad Adam? Denn er ist Er ist Ihr seid gleich groß Ha! Wie groß bist du Emil? Ich bin 1,70 Ja, sag jetzt irgendwas mit 1,60 noch was warst du ne? 1,69 oder so Damals war ich 1,68 Ich bin 1,80 Ich bin 1,80 Okay, okay Thank you Adam Cause, like, he was lying I mean, it's not It's not, um Adam, shut the fuck up! Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie groß bist du? 1,80 Okay, Adam, he's saying he's 1,80 Der Typ hat mich seit 3 Monaten nicht gesehen und sagt, er weiß meine Körpergröße Er hat schon eine Idee ja Emil, du bist ein Zwerg! Merkst dir! Du bist ein Zwerg! Und man wird sich immer zu langsam schlagen! Ja, er sagt das Ich denke, das nicht Ja, er sagt, er ist Like Ja Was hat er gesagt? Er hat erst geschrieben 1,80 The fuck he talking about Er ist nicht 1,80 Und er weiß das besonders auch weil er mich seit Ja, 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 komm, hör auf Hör auf Bitte also ich weiß das ist halt weil du auch gelogen hast das ist die fucking 14 oder 15 bis zu gerne äh kid in our class ist was Annie ja wait which class is he? which class Adam, which class is Robin? ja, es hieß noch neunte von paar tagen bist du behindert? er hat ne joke neunte gesagt it's impossible for him to be 180 ich bin ok ok frag Nia jetzt sofort, komm naja Digga, Mia hast du beeinflusst alter mir hast du irgendwas gegeben, dass sie da nix mehr sagt ist so Digga, du hast dir was versprochen wahrscheinlich hast du auch noch Mia's Instagram, von daher gibt es das nicht weil sie, sie hat geschrieben einmal, dass diese Nachricht von Robin ist, Digga und dann ja, verarscht dich Robin ey he's in A3, ja ok he's like, some days ago he said he's in 9th and he said he's like 14 ey and he's now ey warte, sei mal leise, Blood to God hat einfach den Rekord gebrochen ähm als ob thank you all for in allen Turnieren gab re, ja ist es ok, ich, ich glaub ich guck's mir sogar an das, äh, den Stream, gönne ich mir heute Nacht schauze 25 quid dúc 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 Thanks for the following Jazzyk What are you guys doing anyway? Now that you've watched me whiff completely I'm not interested anymore I'll have to talk to you guys otherwise you'll leave because I'm being a bot I'm gonna have to like talk to my chat for once now that I'm playing like a now that I'm playing like a bot No one's gonna stick around for content It's okay They'll stick around for the happy Happy god man Geez Is this it? The ultimate duo? Thanks for the following When's the duo kill race? There are a duo kill race If you wanna do it Shit on What shit on Yeah Yeah I'm not sure if this like company does one I don't know if they're a company but like this old man Robin, he had Adam asked if you've seen Mohamed's brother I'm not sure if they do one but we'll probably find one if you want to do one Mohamed's brother? Yeah So your brother Adam, here Alright, I went with this Come guys Listen I'm gonna show the power of my team That's uhh What? You have to take Robin Unless I uh No No Yeah And we have to thank you What did you? Yeah you have to thank yourself We have to thank you I think Yeah and I didn't miss him I still wait You can continue throw EU Anyways Ich will jetzt mal sehen wie der Typ spielt. Das ist der erste Platz, der Typ. Ich habe ein Elster, was ist das? Ich habe ein Aufschluss. Und ich habe ein FPS-Wars. Ich habe ihn wirklich. Ich habe ihn nicht. Oh mein Gott, ich habe meine Guns. Ich weiß nicht, dass er in der Backkriege hat. Ich kann nur hören, dass du das ganze Zeit hast. Loll, der Typ ist almost Pratt. Der hat 11100 RP. Wenn die heiße überhaupt. Okay, da geht's. Der heißt H-Habby. Guck einfach in den Nouns. Ich habe den Ball. Willst du weiter? Alter. Ich bin so scheiße. Ich habe dich geklärt. H-H-H Und累. Guck nicht die Arme, das ist so krass. Shit on. Halbfest jetzt. Shit on. Shit on, shit on. Ress ihn doch! Ress! Doch! Ress ihn doch! Ress ihn doch! Ress ihn doch! Der hat mich auch die ganze Zeit gefilischt! Ja. Schön für ihn, aber dann muss er dir halt was versprechen. Aha! Aha! Da wollte er mich direkt wieder töten! Keine Muttersohn! Halt mich! Ja! Ich bin der Fall! Ja! Ja! Ah! Es war für ein Wunderball. Ja! 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 Was willst du? Mann! Zeig dir mal wie ich du bist! Genauso! Ja! Zeig mir! Zeig mir doch! Zeig mir! Los! Ich will den! Danke! Ich wollte dich zeigen! Warte lass uns mit dem Adam reden, Alter! Ich wollte dich zeigen, dass du gewinnst! Hallo Adam! Ich komme! Back from the sky! So, first of all! Ich bin mit dem ich bin mit dem 165! Du bist mit dem Weil du bist! Adam! Du sah mich 3 Monate vor! Mach lau-schwechern! Ich bin mit dem Ja! Ich bin mit dem Ich bin mit dem Ja! Ich bin mit dem Ich habe meine Praxis! Wir f***ing Wir f***ing Wir f***ing Wir f***ing Wir f***ing Das ist die Ja! Ich bin mit dem Ich bin 80er und ich bin größer, sämtlich. Ich bin 8er und ich bin größer. Ich war es, ich bin größer. Ich bin größer und größer. Ich bin größer. Taller. Wir sind über den Spielverladen. Es ist so true. Ich bin schon gut. Du kannst in den Spielverladen werden. Uh, Octane Bloodham Ray. So Octane for movement and like getting around Bloodham for insta-wiping squads cause you know where they are. And then get out of the sticky situations. Yeah. Cause like I was just tracking down PAD whenever we fucking had it. Personally I would play Ryzen instead of Rayfoot. Well yeah, of course you would, but you were fucking Horizon Bear. Well I know, I think it's usually just better cause like. Well yeah, but not. If you get a good ult you wipe your team and battle. But like everyone TPing out of like a shit like pinch or something. Yeah. There's fighting in there. Yeah, 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 you're probably right. I don't know. Whatever this is over there, this place can be pasta. That one. Did you play against people who were also like in? Uh, maybe I don't know. It was just pubs but like we might have come against some I guess. Where the fuck did they all go? Are they on like the other side? Just box everything. Yeah. Yeah, that's not bad, that's not bad. I'm as big as you was now. Yeah. The head was behind or you were like the one? Where the fuck did you go? What I'm not fucking? No, no. I'm not fucking dead. You motherfuck you? Yeah, no you can't kill me, no you can't kill me that? I'm not fucking dead. I'm not fucking dead. No you can't kill me. I'm not fucking dead. That's appen вот. I'm not fucking dead like everybody. Tournament Road Why are you just so static, man? Like, I'm standing still and it's so painful to see in myself I, I, I didn't talk for one minute It's like, where I'm sort of tired, I'm just like, uh, stationary Yeah, that's why I'm going to see that I'm going to pass it for 3 Monate Also Alright Dann die PowerOS nicht in unserer Seite I don't know if that's I don't know if that's I don't know if that's I mean Yesterday everyone said how big I was And also, you're small, Adam Right? Fire No, I'll kill you No, I didn't want blood to kill you Excuse me Fire, friends Fire 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 Loser flying in Menschen können nicht beurteilen wie groß ist Oh, das ist ein bisschen Look at this guy north Down the hill Ich guck den stream von dem Typen, der hat ne Ich guck den stream von dem Typen, der hat ne Ich guck den stream von dem Typen, der hat ne Ich guck den stream von dem Typen, der hat ne Und ich guck den streamen Ich guck den streamen Ich guck den streamen Sons gut Das Skullpiercer Okay Heff, heff Yep Das Spiel läuft einfach seitlich. Was macht bei dem? Wenn innen ist dieser Happy, sieh ihn. Er hat gewonnen. Ja, der ist nicht schlecht. Hä? WTF? Ebi, komm her. Komm her, komm her, komm her. Guck mal. Guck mal. Oh my God. Hä? Was machst du, Junge? Was ist so nutzlos? Lass dich mit. Käh ihn und finish ihn. Boah, Ehre genommen. Ehre genommen. Ehre genommen. Scheiße bist du, Emil. Scheiße. Ich... Ben? Ich hab einfach Ehren genommen, man gesagt. Ich hab auf die Läge gehört. Ich glaube, Ben möchte, das Spiel ist jetzt begeistern. Weil... Nein, ich bin nextmal besser. Nein, ich bin nextmal besser. Halt fünf. Wie viel? Was machst du bitte? Warum tötest du ihn dann nicht? Man, ich wollte dich revfen. Ja, ne, ist egal. Was willst ihr? Was willst du? Was willst du? Das war ich nicht, das war ich nicht, ich wollte dich gar nicht Mann, das changest du, Jonny Ich hab ihn gekillt, nein, der changest Warte, bitte, man Nicht nochmal swap, ne, bei dir, ne, lass mal Oh, hab ich Bist du, klettert Hello Och, er hat nicht einfach weg den No Scope, wie scheiße bist du denn Versuch's doch nochmal, No Scope Ach, seine Mutter ist auch useless Im Bett sogar Ja 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 Und ihr könnt nur trinken Hier Oh, der Typ ist aber gestorben Einmal Oh Hm, ne Also auf der Party haben die Menschen Oh, wer ist das? Oh, wer ist das? Oh, wer ist das? Oh, nein, leider war ich nicht Oh, was für Ich bin Russi, ich weiß, was paar hießen Ah, schimpf Kesselbocker Oh, nicht hier Oh, jetzt stürzt sie 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 Hör auf Das muss ich auch noch töten Muss, das muss ich auch noch töten Nein, bin ich Wie bin ich Stopp No, ich bin Stopp Ich mach nur einen Auslust Okay Ist der da oben? Ich weiß nicht Ist der da? Hallo Was ist der da oben? Oh, im Der war so kinder closed Tee 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 Ja, oh, wir müssen los Ja, wir müssen los So gut So gut 3 und wenn es sich um mir Eltern nach vorgab das ist noch sehr oft Ich zeig's ja nicht mal. Ich steh's ja nicht. Was gehst du denn? Absolut. Schlafen, schlafen, schlafen. Gehen hab ich gesagt. Glücklich. Was hat er gesagt? Du hast ihn gehen lassen. Du hast ihn gehen lassen. Komm, Eli, ich klatsch dich jetzt so weg. Guck das mit deiner Familie. Die Türken seid so nur auf Familiegegner. Ja, das machen wir auch. Ich helf Bubblespielen. Mann, du hast es nicht. Oh, nein, oh, die helfen. Ach, so geht das Schöne. A, B, C. Komm. Komm. Was für Shit, Alter. Oh, nein. Scheiße, keine Muni mehr. Okay, komm. Ich sag alles. Wen sind sie zuerst? Das ist die große Frage. Ich bin zuerst gestorben. Nein! Nein! Ben! Ben! Hä? Ben! Ja. Oh. Bitte! Nein. 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 Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Wir sind zuerst. Aber, ich kann gar nicht sagen. Ich bin zuerst mal raus. Das ist alles für den Scheiß auf. Das ist auch scheiße. Das ist alles für den Scheiß auf. Halt doch einfach das Maul. Guck mal, du bist was wollen. Ops! Ich wollte eigentlich nur schnell respawnen. Willst du mich jetzt mit Granaten töten? Smoky. Äh, ich kann... Irgendwie nicht übertronen. Der macht sehr englisch an. Der ist für anständige Menschen. Burn. My. Pull. Burn. Wof. 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 Facetour. B think to down? Ja du dich um. Ehe Ben wird wie. Du denkst dod igen. Bommen Ben. Gerne. Ben. Ja? Ben bitte .... Shit ordentlich. Ben, du hast selber mit deinen eigenen Augen gesehen, I got shit on. Ja, ja. Er kann halt nur mich töten, wenn ich keine Waffe habe. Ab ihm hast du eine Waffe. Wenn Emil, wenn Emil möchte einfach nicht. Wenn du bist besser. Ach so. Was? Das war irgendwas. Okay, das war deine Einzige, ich hab mich gefühlt. Hä? Ist das nur Rack? Hä? Nein, Junge, man. Man schützt mich. Ach so. Nicht töten, Junge. Shit on. Ben, schützt dich. Ich weiß nicht, ich muss noch Ben töten. Warum soll ich Ben töten? Weißt du, dass ich nicht töte? Du bist auch nicht. Okay. Ich bin ganz gut. Johnny ist weg. Johnny ist weg. Johnny. Johnny. Krieg ich mich jetzt töten? Hey, was? Hey, warte. Willst du zu Berlin fahren? Irgendwie vielleicht mal ausschaut wie man stand, aber ich weiß hier in der Raum füllen. Ich dachte, ich hab immer los Ich dachte, ich hab immer los Shit on Shit on Okay, nein, Spaß Bei dem, bei dem mach ich nicht Aber der hat jetzt nicht mehr zu dir Also, Emi Wenn du mich dies, bin ich bestimmt Schreibe ich nicht mehr Du bist so ein Lapp, ey Du bist so ein Lapp, ey Oh, Ficken Jöns Kamm, tötet mich Come on, come on, come on, come on Ey, ich muss uns erst mal Sex of Clans angreifen, ey Wie sieht das aus, wenn ich sowas mache, guck mal Guck mal, auf mein Decoy Man, man sieht den Namen von dem Decoy Man, man's auch Das ist ja... Oh, bloßes Hackel Und ich schieß 1 Sekunden zurück Jetzt f*** dich Hallo Digga, das ist so dumm Du hältst mich niemals Warum hab ich den f***ing Heavy-Snap an der Presse? Presse Mau Ich notscope ihn Ich notscope ihn und er schießt mit dem Shopkin Das hält so nützlos wie deine Existenz Ich bin nicht am Ich bin nicht am Hallo Ja, ich bin Krabbockern Ich bin nicht am Stärke Torkern Springen Hallo Warum hast du den Fluss zu fahren? Ich bin nicht am Ich bin nicht am Schmerzen Das ist Ich bin auch Jungen, er... Mach dir halt ernst Na, wann? Ich bin nicht am Du hast den Titel Ich habe in der Mitte Ich bin nicht am Wann? Was bringt es dir denn? Sag es mir doch! Oh, wie süß! Die Metschlinz gestorben. Ja, das sieht immer aus. Ey, was? Ja, warum seid ihr? Du Idiot, der ist in der ganz anderen Tisch. Warte kurz, ich hole mal ein paar Gegner auf Johnnys Niveau. Ich bin so witzig, ich sterbe in Gott. Warum macht es nicht Klick? Weil du scheiße bist. Ich du? Digga! Du musst eine ganzen item check machen, ne? Du musst eine ganzen item check machen. ja halt die Bordkopf von dir wie immer ok jetzt wo ich aber die liegt noch schon ins Niveau so hab sie jetzt gehörst du mit dem ist dein Niveau halt oh scheiße hier unten mit dir verboten nein hier unten sind die nein ich darf du darfst dich ja nicht auf diesem Ding haben hey was ja und die kämpfen euch hallo nein du achten nicht mach du mach mach du mach mach du mach Sch 빵 Gott, hilf mir! Hilf mir! Halt mir doch! Mann, der Wurst steht zu mir und schießt mich. Hey! Wir rasieren euch grad doch! Bist du dumm? Ich hab nicht meine Waffe. Ich hab nicht meine Waffe. Ich möchte sterben, hab ich gehört. Naja, halt das Maul. Das ist da, dass du schlecht bist. Oh, es geht schon los. Okay. Och, dieser fucking God-O, das Ben. Was? Hab ich grad BOT genannt? Ja, hab ich. Ben hat der Wurst einfach BOT genannt. Er hat dich BOT genannt. Perf seguro. Wow! ele可以 jaun孽 å Hell. Elves. Elves? Elves ailsif. Wer war das? Keine Ahnung, wer das war Ich habe irgendeine Luft verfolgt Ich habe irgendeine Luft verfolgt Wir haben schon einen Lockerbächer Was? Wir haben schon einen Bot verwechselt Ich habe verfickt immer Masken Und es sind Hop-Apps Und es sind Hop-Apps genommen Komm, komm, komm Jajajajaj Jajajaj Jajajaj Das habe ich Das ist zu fett Das ist zu fett Irgendwie eine Million Ja, Bangor ist ganz nice Ich dachte gerade, dieser Bot Ja Ich dachte gerade Wird denn da drauf? Ja 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 Bot Bot Bruder Hä? Man, der Kack-Bot hat mich noch abgestockt Ich habe eh nicht getötet Doch, ehme hat sich getötet Nein, die der hat Nein Geh mal lieber Benta-Loot holen, sonst wird er sauer Was ist das? Was bist du? Was bist du? Johnny macht Zelfress Haha Hier kommt's Du Brotter Wenn Emil wird einfach vom Brotter Ich meine, der Bot ignoriert mich, weil ich Zelfro Ich bin Bro Ich bin Bro, sorry Am Okay, okay Ich hab's Du Brotter Boah, der hat meine Die ist doch Was? Ich hab mich ständig Ich hab ihn gekehlt Ich hab ihn gekehlt Ich hab ihn gekehlt Sag's eben, Johnny Ahh Noch besser Das ist ja Wo hast gewechselt, du picker Ich hab ihn gekillt Ja, genau Ich hab's auch gewonnen Bitte, Ben, bitte Oh Oh, noch schneller geht's hin Oh, noch schneller geht's hin Dann mach Zelfress, Ben Ja, Bruder Ja, Bruder Ja Ja Ach, das ist ja Ich rumgelenco Ich rumgelenco Und Ich rumgelenco Ich rumgelenco Komm hier, Bruder WEPA SHIELD ich hab sogar gefehlt hier, du bist von Scheiben ja, sag doch, du sagst, mich töten du bist so lost, man ein bisschen noch lost, ja nein! bot boah, irgendwie du bot so ein bot, ey das hätte ich auch geschnitten ja, dritte von might ich weiß, dass ich das nicht wieder ausscheibe mach mach wenn der mich jetzt da mit schüttet, dann wäre ich nachgerechnet man, die scheißvoll schüsst ich mach das nicht mehr Die haben die Ops, das ist ein Haktinger. Die haben die Ops, das ist ein Haktinger. Nein, ich kann ihn nicht gebundet werden. Vertraue mir, rest. Was machst du denn, Liga? Boah, das war ein fetter. Ja, bist du dumm, ich stand auch still, Alter. Und ich hab mich aber auch gespürt. Also ich dachte, du bist so schlau und weiß dann, was passiert. Und zwar, dass du fackig blockbringst und bannst. Wann hast du Emil gerest? Hab ich nicht. Ich hab ihn ja nicht gebunden. Ich hab ihn ja nicht gebunden. Okay, ich lass ihn. Wir sind links. Ich bin links. Nicht links. Nicht links. Ich bin mitten. Macht keinen Unterschied. Ja, ich hab ihn nicht gebunden. von mir ich kenne jetzt keine man steht Ich geh Fortnite spielen. Ach, das ist Fortnite-Kiddy. Kaufaum ist es gut. Wann ist, wann ist, wann ist, wann? Was, wie, oh, ist die ganze Angst, dass wir Fortnite spielen? Was, warte, warte, warte. Ihr seid auch dumm, Alter. Ich hab eigentlich nichts zu tun, Alter. Ich hab eigentlich nichts zu tun, Alter. Thanks for not giving up on me. Och, das war der Schlechtes-Uloba-Dinger-Welt. Ja, das war der Schlechtes-Uloba-Dinger-Welt. Ganz kein Deutsch. No Skull. Boah, f***. Digga, er hat schon wieder gearmut. Wer? Ja! Someone destroyed my drone. Ach, das ist zu zerstören. Endlich mal richtig getimed! Ja! Ja, München. Du stirbst, Blut! Ja, was? Du hast mit dem Schild, du Idiot! Ja! Du hast mit dem Schild, du Idiot! Du musst stolz auf mich sein. Nein! Ich... 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 Dönn dir, ey. Lappe. Du bist halt hier immer. Oh, ich hatte meinen Geflag. Wenn du ehrlich bist, hast du bitte den Witz in den Kopf gehen. Oh, nee, den versagt von Slaff. Ich muss mich nicht unterhalten, aber ich muss mich nicht unterhalten. Doch, was denn noch? Oh Gott. Sehr tief. Geben, für den Cover. Für den Cover. Für den Cover. Wann noch. Soll ich jetzt? Ich hab's nicht getan, ich wollte den Cover-Place. Ich geh auf Rave ganz kurz. Let me at him. Das hat keiner gefragt. Oh. Verrät mich, dass die Boss noch da sind. Oh nein, es wird bombardiert. Ja. Was ist das? Ich hab's nicht getan. Das ist der Ball. Das ist der Ball. Was geht denn hier? Ich bin der Spaß mit dir, Jolly Du bist doch nicht da Ich bin der Kabel Ich bin der Kabel Ich hab keine Schwerung Ich hab ein Ehemmuch Ich bin der Kabel Ach nee Ah das ist ein Kabel Nein das ist ein Kabel nix gemacht gar nix so harte nix 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 Ich hab das... Wow, er schulde ich dich jetzt, Digga, weil er mit Schilder, ich hab kein Schilder. Ich hab kein Schilder, ich hab kein Schilder. Ich hab kein Schilder, bist du behindert. Das ist einfach so ein Schilder. Wer hat dir ein Schilder-Schild? Nein, 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 Ben, du weißt nicht. Dankeschön. Gerne. Ich mach ja nicht mal was. Ich mach ja nicht mal was. Ich hab kein Brot, oder? Danke. Alles, Mama. So, Jungs. Ja, okay. Los. Okay, ich hab noch eine Schilder. Ja, ey miss ist. regelt nicht ja gut, ich bin dann erstmal auf ah eh, das habe ich gerade nicht gesehen, oder? was denn? tschüss alles gut tschau finish ihn bitte finish ihn bitte tschüss ok, tschau ich fände noch ein bisschen sorry, tschau tschüss, tschüss tschüss, tschüss tschüss, tschüss, tschüss 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 man hat Angst zf hat Spaß gemacht seest hat Spaß gemacht idać vielscher zunächst mal erst mal tschüss